Hallo liebe Leute, hier ist Eimel Staudt mit einem Manual Video. Der Michael Unsöld und ich haben in den letzten Monaten ein neues Plug-in für Photoshop entwickelt und zwar die Overlay Machine. Die seht ihr hier auf der linken Seite. In Zukunft seid ihr in der Lage mit einem einzigen Mausklick eine Overlay Textur in eure Photoshop Datei hereinzuholen. Sei es denn ein Hintergrund, um etwas freizustellen, den Hintergrund auszutauschen, Regentropfen, Lichteinfälle, Sonnen, Schnee, Blitze. Ich könnte jetzt endlos so weitermachen. Alles das, was man in Photoshop in einer Datei platzieren kann, das könnte man Overlay nennen. Und wir haben ein Plug-in gemacht, das im Grunde so eine Art Mini Lightroom für Photoshop ist. Das heißt, ihr könnt euch eine eigene Datenbank aufbauen mit Verweisen auf eure Originale. Das heißt, diese kleinen Thumbnails, die repräsentieren ein Original. Wenn ich da draufklicke, werden die in eure Photoshop Datei eingesetzt und zwar schon mit allen möglichen Parametern, die man braucht. Zum Beispiel mit voreingestellten Luminanzmasken, mit einem voreingestellten Ebenenmodus und so weiter und so fort. Das ist also eine Ein-Klick-Lösung sozusagen, die man natürlich dann wie gewohnt auch weiter bearbeiten kann. Damit sind dann in Zukunft vollkommen neue Workflows möglich, weil ihr innerhalb von Sekunden Dinge ausprobieren könnt, für die ihr sonst immer Minuten braucht. Ich mache das jetzt seit ungefähr 10, 12, 13 Jahren, setze ich Overlays in meine Photoshop Dateien ein. Die muss ich mir auf dem Schreibtisch suchen. Das ist schon immer der schwierigste Prozess, da man ja viele tausend von solchen Overlay Dateien hat, muss man die immer wieder durchsuchen. Dann muss man die sich auf eine der 6 bis 8 Methoden in seine Photoshop Datei reinholen, eine Maske machen, einen Ebenenmodus machen. Dann stellt man fest, das sieht ja gar nicht gut aus, schmeißt das Ding wieder weg. Und dann mache ich diesen Prozess 5 mal, 10 mal, 15 mal pro Datei, bis ich etwas gefunden habe, was mir gefällt. Aber wie wäre es denn, wenn ihr eine Datenbank direkt in Photoshop hättet, auf die ihr sofort Zugriff habt. Und ihr könnt mit einem einzigen Mausklick eine Overlay Textur ausprobieren und mit einem weiteren Klick tauscht ihr die einfach aus. Und wenn euch das dann immer noch nicht gefällt, macht ihr einen neuen Klick und tauscht das dann einfach aus. Und habt aber alle Voreinstellungen, Masken, Ebenenmodi, all das, was ihr eingestellt habt in dem Plugin, das bleibt immer erhalten. Ihr könnt auch mit mehreren Dateien arbeiten. Das ist alles kein Problem, das ist alles super easy. Und wenn man die dann auch nachbearbeiten muss, was ja die Regel ist, haben wir hier oben eine Sektion, wo sämtliche Transformieren-Geschichten mit einem einzigen Klick möglich sind. Das ganze Ding ist super praktisch. Ich habe bei diesem Manual jetzt Wert darauf gelegt, viele Beispiele zu zeigen. Selbst für die Leute, die sich vielleicht jetzt dafür nicht interessieren, weil sie mit Overlay nicht arbeiten oder so, habe ich zahlreiche Photoshop-Tricks in dieses Manual eingeflochten, sodass jeder was davon hat. Natürlich wäre es super für uns, wenn ihr die Kommentarfunktion benutzt, weil dann können wir nämlich auch sehen, was ihr vielleicht noch haben möchtet, wie wir ein Plugin weiterentwickeln können, wie wir neue Plugins entwickeln können. Das heißt, die Community kann uns dabei helfen, neue Plugins zu entwickeln, vielleicht welche, die ihr für euren Workflow braucht. Auch das hier ist jetzt eine Geschichte, die ich seit vielen, vielen Jahren vermisse, weil dieser manuelle Workflow, immer wieder Overlays vom Schreibtisch in meine Photoshop-Datei reinzuholen, sie wieder wegzuschmeißen, weil sie mir nicht gefällt und wieder eine neue reinzuholen, das ist schon ganz schön ätzend, wenn man das oft macht. Und hiermit könnt ihr jetzt ganz individuell euch eine Datenbank aufbauen mit euren Lieblingstexturen oder ihr könnt auch einfach alle Texturen, die ihr habt, dort reinladen. Das ist alles kein Problem. Schaut euch das Manual an, dort zeige ich alle Funktionen detailliert, wie gesagt, schön auch mit Beispielen. In diesem ersten Video möchte ich euch schlaglichtartig zeigen, was die Overlays Machine kann, aber vor allen Dingen im Zusammenhang mit dem alten Workflow. Ich habe mal nachgeguckt, ungefähr seit 2010 habe ich verstärkt angefangen, solche Lichttexturen in Bildern zu verwenden. Das kennen wir ja heutzutage alle. Ich habe das zeitweise fast bei jedem Bild gemacht. Also ich war da in großer Übung in diesem Workflow. Man kann aber natürlich nicht nur Licht einfügen. Ich habe jetzt hier mal eine Tutorial-Datenbank aufgebaut. Da sind zum Beispiel auch Bokehs drin, Wasseroberflächen, Tropfen, Rauch, Hintergründe verschiedenster Art, Himmel. Also alles das, was ihr in Photoshop als Ebene hinzufügt, also aus einer fremden Datei, das kann man eigentlich Overlay nennen. Und wenn ihr das eben öfter als einmal macht, dann lohnt es sich ja auch davon, eine Datenbank zu haben. Nichts anderes ist die Overlay Machine. Das ist eine Datenbank, die kann beliebig groß sein. Das ist also so eine Art Mini-Bridge oder auch Mini-Lightroom innerhalb von Photoshop. Dort werden allerdings nur Verweise abgespeichert auf die Originale. Das heißt, man muss diese Dateien dann nicht nochmal neu abspeichern oder sowas. Das ist ganz wichtig zu wissen. So ein Thumbnail ist nur ein Verweis auf ein Original. Damit kann ich dann also sehr, sehr flexibel und schön arbeiten. Natürlich muss man sich in einer Datenbank zurechtfinden. Und deswegen haben wir zahlreiche Suchfunktionen, Favoriten, alles Mögliche eingeführt. Und vor allen Dingen hier oben Bearbeitungsfunktionen. Weil die weiß man dann nur zu schätzen, wenn man diesen Workflow per Hand auch einmal durchlaufen hat. Und zwar nicht nur einmal, sondern tausende Male. Das größte Problem ist erstmal folgendes. Ich gehe jetzt, sagen wir mal, zu Lightroom rüber. Und ich habe jetzt ein Bild und da möchte ich einen Lichteinfall, der von oben kommt, aber auch so ein bisschen von rechts. Und dann muss ich den erstmal finden. Wie findet man den denn? So, das hier ist jetzt zum Beispiel, das sind gekaufte Overlays. Ich habe insgesamt jetzt in meinem Texturenordner hier oben 6071 Stück. Das heißt, hier muss man sich ja gut auskennen, um dann ein Overlay zu finden, was vielleicht zu meinem Bild passt. Natürlich mache ich diesen Vorgang nicht nur einmal, sondern ich mache diesen Vorgang vielleicht pro Datei 10 Mal oder 15 Mal. Je nachdem, ob mir ein Overlay gefällt oder nicht. Weil wenn es nicht funktioniert, muss ich es wieder wegschmeißen und mir ein neues suchen. Das heißt, ich gehe jetzt jedes Mal diese ganzen Ordner hier durch. Manchmal wäre es vielleicht auch ganz gut, sich einfach zu merken, wie so ein Ordner heißt, damit man beim nächsten Mal weiß, was da drin ist. Das ist mir dummerweise niemals wirklich gelungen. Ich weiß nicht, warum ich mich weigere, mich mit sowas zurechtzufinden. Was ich gemacht habe, ist, ich habe mir die durchnummeriert, diese Ordner, damit ich mir eine Nummer merken kann. Das ist nämlich einfacher für mich als Flares, Radial, Flares, Punktual, Spot, Blah. Ich komme mit sowas nicht klar. Ich weiß überhaupt nicht, was damit gemeint ist. Deswegen habe ich mir die durchnummeriert. Deswegen in Lightroom mache ich das normalerweise nicht. Weil es, wie kriege ich denn jetzt so ein Bild von Lightroom in meine Photoshop-Datei rein? Das geht nämlich gar nicht. Ich kann die von hier aus öffnen und dann die Ebene rüberziehen, aber das ist irgendwie, ich weiß nicht, das ist alles irgendwie nichts. Am liebsten arbeite ich da mit Drag & Drop. Dafür muss man aber Photoshop im Hintergrund sehen und die Bridge ist im Vordergrund. So geht es eigentlich am einfachsten. Dann hole ich mir das Ding, ziehe das hier rein und sehe, Moment mal, das Licht ist ja falsch rum. Also einmal horizontal, einmal vertikal spiegeln. Jetzt kann ich aber nicht weiter mit dem Skalieren arbeiten, weil ich sehe ja noch nichts. Das heißt, ich muss jetzt erstmal einen Ebenenmodus suchen. Das kann auch fünf Minuten dauern, wenn man sich nicht auskennt. Ich lande jetzt hier mal bei diesem Bild bei negativ multiplizieren und sage, das sieht ja ganz okay aus, aber es wäre ja auch ein bisschen besser, wenn vielleicht hier nicht zu viel Licht oben in der Ecke ist. Und vielleicht sollte man die Lichtstrahlen auch noch so ein bisschen nach unten biegen. So, das sind so die normalen Skalierungssachen. Entweder kennt ihr die oder nicht. Je nachdem kann man alles machen und dann ist das soweit fertig. Aber das Blöde ist jetzt, dass mir das zu sehr die Tiefen aufhält und ich dadurch das Modell vielleicht nicht mehr so gut sehen kann. Hier würde das vielleicht sogar funktionieren, aber bei den allermeisten Bildern funktioniert das nicht. Da ist einfach zu viel Licht in den Schatten drin und deswegen muss man die ausblenden. Das macht man mit einer Luminanzmaske an, das geht es nicht. Das heißt, eine Luminanzmaske macht ihr einfach in der Kanälepalette mit einem Befehlsklick. Jetzt bekommt ihr eine Auswahl und diese Auswahl setzt sich hier als Maske an meine Ebene dran. Diese Maske mache ich mal mit der Shift-Taste an und aus und dann seht ihr den Unterschied. Und hier mal an und aus und seht jetzt den Unterschied. Und diese Maske ist natürlich zu stark. Das heißt, dass ich dann die Dichte so weit runter regle, dass ich wieder das Gefühl habe, dass hier irgendwie so ein bisschen Dunst im Bild ist. Dann kann man natürlich dieses Licht noch einfärben und alle möglichen anderen Sachen damit machen. Man kann das auch mit mehreren Overlay-Ebenen kombinieren und so weiter und so fort. Was das Schwierige für mich daran immer war, ist eben der, diese Bilder zu finden. Und ich fände es irgendwie viel cooler, wenn ich eine Datenbank hätte, die sofort in Photoshop verfügbar ist und dort sind meine ganzen Favoriten drin. Man kann das unterschiedlich machen. Erstens kann man alle Texturen, die man hat, dort reinladen. Dann habe ich immer wieder das Problem Qual der Wahl. Ich muss die halt alle durchscrollen und finden. Oder man kann mit kleineren Datenbanken arbeiten und vor allen Dingen kann man auch mit mehreren Datenbanken arbeiten. Das heißt, wir haben eine Backup-Funktion eingebaut und ihr könnt einfach mit vielen spezialisierten kleinen Datenbanken arbeiten. Das ist eher mein Arbeitsweg. So arbeite ich am liebsten. Hier habe ich jetzt eine Datenbank gemacht, nur für das Tutorial. Also mit wenig Bildern drin. Jetzt wollen wir mal ganz kurz gucken, wie derselbe Vorgang, wo ich eben mehrere manuelle Dinge tun musste, wie ich diesen Vorgang mit ein, zwei Mausklicks mit der Overlay-Machine machen kann. Ich habe mir jetzt mal dasselbe Overlay hier in die Datenbank reingeladen. Das ist jetzt also ein Verweis auf das Original. Das ist dasselbe, was ich hier auch habe. Und es gibt jetzt zwei Voreinstellungen. Einmal für die Maske. Wenn es auf 0 steht, ist es genau diese Art von Luminanzmaske, die wir eben erstellt haben. Befehlsklick als Maske anhängen. Und hier können wir Ebenenmodi voreinstellen. Wir können aber auch den Slider dazu benutzen, nachträglich Ebenenmodi zu verändern. Ich lasse den jetzt mal auf negativ multiplizieren. Das ist ja schon richtig. Ich klicke hier einmal drauf. Es wird eine Gruppe erstellt, wo die Luminanzmaske dran ist. Das hat den riesigen Vorteil, dass ich jetzt, wenn ich zum Beispiel im Verschiebentool bin, einfach diese Ebene verschieben kann, wie ich will. Also wenn es jetzt eine Sonne wäre, müsste ich ja jetzt die Sonne dorthin schieben, wo sie hingehört, oder? Und wenn die Maske von der Ebene getrennt ist, dann muss ich nämlich nicht die Kette hier lösen. Bei der alten Ebene hier unten vergisst man natürlich jedes Mal die Kette zu lösen. Macht das rückgängig, löst dann die Kette und macht das nochmal. Wenn man dann überhaupt weiß, dass es sowas gibt wie eine Kette. Gut, also wir haben jetzt die Maske von der Ebene getrennt. Das bedeutet, wenn wir eine Gruppe haben mit einer Maske, können wir auch mehrere Ebenen in diese Gruppe reinpacken. Alles kein Problem. Also mit einer Gruppe und einer Maske zu arbeiten, ist viel einfacher, als das so zu machen wie in diesem alten Workflow. Jetzt habe ich meine Ebene verschoben. Ich will die aber gar nicht zurück verschieben, weil mir das zu anstrengend ist. Ich gucke mal, dass die hier markiert ist und dann klicke ich auf diesen Button. Und schon ist das alles wieder so, wie es sein soll. Das heißt, dass ihr jede Ebene, die ihr einsetzt, mit einem Klick auf diesen Transformationsbutton genau auf die Arbeitsfläche transformiert. Das wollen wir aber nicht immer. Ich gehe jetzt mal ein bisschen raus im Zoom und ich gehe mal zurück auf das Handtool. Das habe ich immer gerne an, wenn ich Tutorials mache, weil dann keine störenden Elemente hier im Bild drin sind. Gut, jetzt wollen wir das skalieren. Das mache ich einfach, indem ich hier auf den Transformationsbutton klicke, auf der rechten Seite. Und dann kann ich das skalieren. Aber ich sehe ja jetzt gar nicht so viel, weil ich habe ja die Maske noch nicht ausgeblendet. Ich breche das mal ab, weil ich das vergessen habe. Wir sollten die Maske ein bisschen ausblenden, damit wir überhaupt sehen, wie die Datei ist. Weil ich muss die jetzt gar nicht skalieren. Ich muss die nämlich jetzt rumdrehen. So, jetzt ist wichtig, dass ich diese Ebene markiere und dann spiegele ich das einmal mit dem Knopf hier, dann mit der Alt-Taste nochmal. Das haben wir eben auch gemacht im Transformationsdialog. Und jetzt klicke ich hier nochmal auf diesen Button, weil jetzt kann ich skalieren. Skalie das mal hier ein bisschen raus und nehme mal die Befehlstaste und ändere auch mal von mir aus den Winkel von diesen Lichtstrahlen. Dann sage ich, okay, und das ist jetzt genau das, was wir eben auch gemacht haben. Gehe hier auf die Maske, blende die wieder ein bisschen ein und das wäre es dann. Gut, ihr sagt jetzt, oh, da waren ja jetzt auch manuelle Arbeitsschritte dabei. Selbstverständlich, weil man kann nicht alles automatisieren. Was ich aber automatisieren kann, ist zum Beispiel, dass ich einfach jetzt auf dieses Thumbnail klicke. Und dann wird das andere ersetzt. Ist das nicht cool? Und zwar mit der voreingestellten Maske. Dann klicke ich halt mal auf das Thumbnail, probiere das mal aus, denke, oh, das Licht muss aber auf der anderen Seite sein. Guckt das mal. Das heißt, ihr könnt hier wahnsinnig schnell durch einzelne Mausklicks, könnt ihr hier verschiedene Dinge ausprobieren. Das hier fand ich zum Beispiel eben gar nicht so schlecht. War das dieser hier oder war das dieser hier? So, finde ich gar nicht so schlecht. Könnte man eigentlich fast schon so lassen. Man müsste halt die Maske noch ein bisschen einstellen. Jetzt sage ich aber, guck mal, was ist denn, wenn ich jetzt noch ein Bokeh da einfüge? Wie mache ich das denn? Ganz einfach. Hältst du die Shift-Taste gedrückt und kriegst noch ein Bokeh hinzu. Jetzt sagst du, du willst das Bokeh austauschen. Ich markiere mal nichts in der Ebenenpalette und jetzt, guck mal, die Overlay-Machine weiß genau, was sie austauschen muss. Die ist nämlich intelligent. Das heißt, sobald ihr mit der Overlay-Machine arbeitet, weiß die Overlay-Machine, wo sie arbeitet. Das heißt, es werden nicht einfach irgendwo beliebig Ebenen erzeugt, sondern es werden halt entweder bestehende ausgetauscht oder mit der Shift-Taste Neue hinzugefügt. Beziehungsweise kann man auch mit beliebig vielen Gruppen arbeiten und dort wieder ganz andere Dateien reinmachen. Ja, also ihr könnt hier innerhalb von Sekunden mit einfachen Mausklicks, Shift-Klicks, Alt-Klicks, Klicks auf so Buttons hier, könnt ihr innerhalb von Sekunden komplexe Photoshop-Dateien erstellen, wie das vorher auch möglich war, aber einfach mit unglaublich viel Planung und Wissen und so. Jeder Anfänger kann jetzt mit Luminanzmasken arbeiten, jeder Anfänger kann jetzt mit Overlay-Machine arbeiten. Das Einzige, was ihr machen müsst, ist, ihr müsst eure Datenbank mit Bildern auffüllen. Das ist aber kein Problem. Dafür gibt es nämlich einen Knopf und der heißt Import oder Laden oder man speichert seine eigenen Overlay-Machine ab. Aber dazu kommen wir im Detail später zu einzelnen Videos. Ich wollte euch nur mal ganz kurz vorstellen, wie die Overlay-Machine tickt. So Leute, jetzt wollen wir erst mal zusammen die Overlay-Machine installieren. Und zwar macht man das mit der CCX-Datei, die ihr in dem entpackten ZIP findet, was ihr in meinem Shop gekauft habt. Aber natürlich weise ich darauf hin, dass es eine Readme-Datei gibt. Da steht schon alles Wichtige drin, was ihr für den Anfang braucht. Dann gibt es wie immer ein super genial gemachtes Manual von Michael. Ich könnte das nimmer. Vielen Dank Michael, dass du das machst. Alles, was die Overlay-Machine kann, ist hier beschrieben. Und zwar auch mit Querverweisen, Inhaltsverzeihung und Schlag mich tot. Hier steht einfach alles drin. Wunderbar. Und dann haben wir noch einen Ordner für die Leute, die noch keine Overlay-Datenbank haben. Also noch nicht viele Bilder gesammelt haben, die man in Photoshop einsetzen kann. Das sind einfach nur 13 Stück. Aber mit diesen 13 Stück kommt man schon ganz schön weit, weil ich versucht habe, hier welche auszusuchen, die man so normalerweise nimmt. Allerdings alles in Schwarz-Weiß. Die muss man sich dann halt selber einfärben, falls man eine Farbe braucht. Gut, ich gehe mal wieder einen Schritt nach oben. Dann machen wir mal einen Doppelklick auf die CCX-Datei. Es öffnet sich die CC-Cloud-App und die fragt mich, ob ich die aktuelle Version ersetzen will. Natürlich habe ich die schon installiert. Wenn ihr sie noch nicht installiert habt, kommt diese Frage natürlich nicht. Dann sagt ihr einfach OK. Unten erscheint dann hier ein grüner Balken. Wie viel habe ich denn da jetzt? Also ihr seht, ich habe das schon ein paar Mal installiert. Und daran seht ihr auch, wie einfach das ist. Ihr könnt auch immer wieder alte Versionen drüber installieren und eine neue nochmal installieren. Das ist alles kein Problem. Das ist alles super easy, seitdem es eben diese UXP-Schnittstelle gibt. Das heißt, das ist ja eben die moderne Schnittstelle in Photoshop, mit der man Plugins installiert. So, jetzt haben wir das hier. Das ist jetzt einfach leer. Da ist noch keine Datenbank drin. Alles ist auf Standard eingestellt. So sieht die Overlay-Machine aus. Und jetzt wollen wir gleich mal mit dem ersten Import anfangen, mit der Overlay-Machine zu arbeiten. Das geht nämlich innerhalb von ein paar Sekunden. Jetzt wollen wir mal ganz schnell einfach diese 13 Overlays, die ich mitgeliefert habe, in dem ZIP, die wollen wir mal installieren. Das ist ganz easy, indem man einfach hier auf den Import-Knopf von der Overlay-Machine klickt. Dann lande ich natürlich jetzt schon in diesem Ordner drin, aber ich suche den jetzt nochmal auf dem Schreibtisch. Wir haben hier die Overlay-Machine. Das ist das ZIP, was wir runtergeladen haben. Daraus haben wir das eben hier auch installiert. Und hier oben ist der Ordner drin mit den 13 Dateien. Jetzt ist halt die Frage, ob es klug ist, sie jetzt hier zu importieren, weil die Overlay-Machine natürlich genauso wie Lightroom arbeitet. Das heißt, dass die Originale liegen irgendwo auf irgendeiner Festplatte. Wir importieren die und dann werden Verweise hergestellt auf diesen Import. Jetzt liegt aber zum Beispiel diese Overlay-Machine-Geschichte hier, die ich runtergeladen habe, das ZIP auf dem Schreibtisch. Und dort liegt es aber nicht für immer. Das heißt, man sollte sich erstmal, bevor man irgendwas installiert, überlegen, wo liegen denn eigentlich meine ganzen Overlays. In der Regel ist es am besten, wenn man einen zentralen Ordner dafür hat. Ich habe einen Ordner, dafür habe ich mir auch hier einen Shortcut erstellt, damit ich da immer ganz schnell hinkomme. Der heißt Texturen. Und dort tue ich diese Texturen, die ich gekauft habe oder irgendwo runtergeladen habe, die tue ich mir hier rein. Und dann weise ich einen zentralen Ort, wo ich die finde. Also auch in Lightroom oder in der Bridge oder so. Das ist eigentlich ganz gut, dann hat man irgendwie eine ganz schnelle Übersicht. Das kann man organisieren, wie man will. Man sollte halt nur vermeiden, hier zu häufig irgendwelche Ordner umzubenennen oder sowas, weil dann stimmen die ganzen Pfade nicht mehr. Das kennt ihr eben aus Lightroom. Wenn ihr auf dem Schreibtisch Dateien verschiebt oder irgendwas mit denen macht, dann kriegt das Lightroom nicht mit. Und dann muss man den Ordner neu synchronisieren. Und genau dasselbe müsste man dann auch mit der Overlay Machine machen. Das ist kein Problem. Aber eigentlich will man das nicht zu häufig machen. Also daher ist es ganz gut, wenn man einen festen Ort für sowas hat. Ich habe das natürlich alles schon gemacht. Ich habe mir hier einen Overlay Machine Ordner angelegt mit den verschiedensten Funktionen dieser Unterordner. Und ich glaube, hier sind die Factory Overlays drin. Das heißt, ich habe mir einfach diesen Ordner hier reingezogen und da reinkopiert. Das mache ich jetzt eben nicht doppelt. Und den suchen wir uns jetzt in Photoshop. Also Import. Und ich habe hier eine Systemerweiterung, die mir ermöglicht, mit einem Mausklick in diesen Ordner reinzukommen. Das geht auf dem Mac normalerweise nicht. Da müsste man jetzt per Hand diesen Pfad suchen. Auf Windows-PC geht das, glaube ich, dass man in so ein Finder-Fenster klickt, in ein Explorer-Fenster und dann hat man den Pfad. Jetzt habe ich einen 10 Jahre alten Rechner und der braucht ungefähr eine halbe Sekunde für ein Overlay. Das sind alles hochauflösende Overlays jetzt. Die werden halt geöffnet. Dort werden alle Metadaten rausgelesen, der Pfad etc. pp. Also einiges wird dort ausgelesen. Und dann haben wir hier ein paar Thumbnails. Diese Thumbnails sind Verweise auf die Originale. Das ist ganz wichtig, dass man das weiß. Und jetzt kann ich einfach, indem ich hier oben die Maske auf 0 stelle, das steht auf negativ multiplizieren. Und jetzt hole ich mir einfach mit einem einzigen Mausklick eine Overlay-Datei hier rein, die ich dann auch skalieren kann auf die richtige Größe. Und das wäre jetzt schon eine, wo eine Maske dran ist. Natürlich gibt es jetzt viele verschiedene Möglichkeiten, was wir damit machen können. Das ist so die grundsätzliche Organisation. Ihr bekommt immer eine Gruppe. An dieser Gruppe ist eine Maske dran. Das kann aber auch eine Maske sein, die ihr über eine Auswahl erstellt. Oder ihr sagt einfach, ihr wollt keine Maske haben. Das geht alles. Das erzähle ich natürlich alles noch im Detail. Da rein kommt eine Ebene. Diese Ebene wird dann durch diese Maske eben gefiltert. Und es können mehrere Ebenen drin sein. Es können mehrere Ordner erzeugt werden. Das zeige ich euch natürlich alles noch. Aber das ist so die grundsätzliche Organisation, wie die Overlay-Machine funktioniert. Jetzt mache ich einen ganz kurzen Quick-Guide. Das heißt, dass ich euch grundsätzlich mal zeige, wie die Overlay-Machine arbeitet. Wir haben eine Datenbank. Diese Datenbank könnt ihr nach Belieben füllen mit den verschiedensten Methoden, die ich euch noch zeigen werde. Das heißt, entweder habt ihr eine riesige Datenbank mit vielen Tausenden. Oder ihr habt vielleicht eine kleinere Datenbank, wo ihr nur spezielle Bilder ausgesucht habt. Vielleicht mit 1, 2, 300 Overlay. Jetzt im Moment haben wir nur die 13, die wir eben importiert haben. Und in dem Moment, wo ich auf eine dieser Thumbnails klicke, wird automatisch nach zwei Voreinstellungen, die ich hier oben einstellen kann, eine Overlay-Ebene erstellt. So, ihr seht, dass hier eine Gruppe entstanden ist. An der Gruppe ist eine, ich mache mal einen Altklick, eine Luminanzmaske angeheftet. Diese Maske ist aber getrennt von der Ebene, die ich hier reingemacht habe. Und diese Ebene hat einen voreingestellten Ebenenmodus. So, funktioniert das. Pass auf, wir machen das Ganze nochmal. Jetzt zeige ich euch mal die Voreinstellungen. Es gibt hier oben eine Maskenvoreinstellung. Wenn man mit Lichttexturen arbeitet, dann ist es so, dass man in der Regel eine Luminanzmaske braucht. Eine Luminanzmaske ist nichts anderes als ein Befehlsklick, also SDRG oder Command, auf den RGB-Kanal. Dann nimmt man eine beliebige Ebene oder auch eine Gruppe. Das spielt alles keine Rolle. Und erzeugt so eine Maske. So eine Maske ist nichts anderes als ein Schwarz-Weiß-Bild. An diesem Schwarz-Weiß-Bild kann man natürlich noch an den Kontrasten arbeiten, um verschiedene Effekte hervorzurufen. So, wenn ich jetzt etwas mit dieser Ebene mache, also hier etwas einstelle, machen wir mal was, oder sowas, dann seht ihr, dass diese Maske das filtert, weil ohne Maske sehe das so aus und mit Maske sieht das so aus. Das heißt, man kann Photoshop dadurch speziell sagen, was es an welcher Stelle machen soll. Und ihr seht, die Maske ist dort dunkel, wo zum Beispiel der Baum ist. Und sie ist dort hell, wo hier hinten die Sonne und die Wolken und der Himmel ist. Wenn ich jetzt eine Sonne hier einsetzen möchte, und das machen wir jetzt mal ohne Maske, im Ebenenmodus negativ multiplizieren. Das sind jetzt die beiden Voreinstellungen. Ich möchte keine Maske haben und ich möchte negativ multiplizieren, weil das ist der Ebenenmodus, den man zu 95% für Overlays verwendet. Und jetzt setze ich mal diese Sonne hier ein. Das dauert immer zwei, drei Sekündchen, je nachdem wie groß so ein Overlay ist. Und ihr seht, dass diese Sonne jetzt unnatürlich vor dem Baum ist. Wenn man jetzt ein starkes Gegenlicht hat, dann ist es normal, dass das Gegenlicht überstrahlt, über die Gegenstände, die Objekte, die dieses Licht abdecken. Aber wenn ich jetzt mal mit dem Verschiebentool hier diese Sonne verschiebe, seht ihr, dass die ja auch, die überstrahlt ja nicht nur, die ist einfach vor dem Baum. Und das geht nicht. So kann man kein Overlay einbauen bei so einem Motiv. Es gibt halt verschiedene Arten von Motiven. Es gibt auch Motive wie zum Beispiel Häuser oder manchmal ist es bei Porträts auch so, wo das Objekt, das Motiv, das Licht richtig abdeckt. Da muss man dann nochmal mit einer anderen Maske arbeiten. Das ist aber alles kein Problem, das zeige ich euch noch. Wir brauchen hier eine Luminanzmasse. Wir können die ja auch nachträglich hier einsetzen. Also nicht nur als Voreinstellung, sondern ich nehme jetzt einfach mal eine ganz normale mit der Einstellung 0 und klicke jetzt hier auf den Pfeil. Wichtig ist natürlich immer, wenn man etwas macht, dass man weiß, was hier markiert ist. Das heißt, jetzt ist nicht diese Ebene markiert, sondern diese hier oben. Ich klicke auf den Pfeil und kann nachträglich eine Luminanzmaske hier einsetzen. Ihr seht, wie krass dieser Effekt ist. Also die Sonne, ne, das darf ich jetzt nicht machen. Ich darf nicht die Maske verschieben. Ich muss die Ebene verschieben. Also immer darauf achten, was markiert ist. Und jetzt seht ihr, jetzt kann ich das Licht verschieben und zwar so, als wäre es hinter dem Baum. Natürlich ist das jetzt zu stark. Das heißt, dieses Herausfiltern, was die Maske hier macht. Ich kann ja nochmal einen Klick drauf machen. Guck mal, so sieht die Maske aus. Die ist sehr dunkel. Das ist halt zu krass. Deswegen arbeitet man in der Regel bei einer Maske mit der Dichte. Das heißt, das ist ohne Maske und das ist mit Maske. Und das jetzt würde zum Beispiel einer sehr hellen Sonne entsprechen, die über diese Äste hinaus strahlt. Trotzdem wird sie aber auch ein bisschen herausgefiltert. Ich würde jetzt auch so eine Sonne gar nicht verwenden, unbedingt mit solchen Strahlen hier, sondern ich würde zum Beispiel lieber diese Sonne hier verwenden. Wie mache ich das? Indem ich da einfach draufklicke. Und zwar ist das jetzt völlig egal, was hier markiert ist in meiner Photoshop-Datei. Solange ich nur einen OVL-Ordner habe und nur eine Ebene habe, wird diese Ebene ersetzt, sobald ich hier auf ein Thumbbell klicke und hätte jetzt einfach eine andere Sonne. So, das ist jetzt ein bisschen diffuser, weil wir jetzt hier nicht solche Lichtstrahlen haben. Jetzt ist aber folgendes. Sobald ich eine Ebene ersetze, dann wird die natürlich immer skaliert, weil dieser Skalieren-Vorgang, das habe ich euch ja schon gezeigt, als ich euch den alten Workflow gegenübergestellt habe. Aber mit dem neuen, solche Ebenen werden immer skaliert und deswegen muss man die dann nochmal neu verschieben. So, ich gehe mal mit H auf das Handtool und jetzt sieht man, dass diese Ebene nicht perfekt schwarz ist. Das heißt, wenn sie perfekt schwarz am Rand wäre, dann hätte negativ multiplizieren auch diese Kante hier ausgewählt. Seht ihr diese Kante hier? Und das ist etwas, was ganz oft passiert, wenn man mit Overlay-Ebenen arbeitet, dass so eine Kante entsteht. Und die kann man aber einfach durch eine individuelle, handgemachte Maske ausblenden. Ich gehe jetzt mal auf das Verlaufstool und achte darauf, dass meine Vordergrundfarbe schwarz ist und der Verlauf hier ein Vordergrund zu Transparentverlauf ist. Wenn der Transparent ist, dann kann ich nämlich hier mehr als einmal reinziehen. Ich kann also mehr als einmal arbeiten hier. Und wenn der zu weiß geht, kann ich immer nur einen Verlauf machen. Okay, also ich kann jetzt hier mehr so oft eben mit diesem Verlauf hier reinziehen, bis diese Kante weg ist und hätte jetzt eine Sonne eingesetzt. Das ist die grundsätzliche Arbeitsweise. Das geht natürlich noch viel komplexer, indem ich eben mit mehreren Ebenen arbeite und mit mehreren Ordnern und verschiedenen Masken arbeite. Das zeige ich euch aber erst später. Das wäre jetzt an diesem Zeitpunkt zu verwirrend. Ich muss euch jetzt erstmal alle Funktionen von der Overlay-Maschine zeigen und dann gehen wir mal in diese komplexeren Workflows rein. Jetzt wollen wir uns mal den Masken-Slider hier mit seiner Einsetzfunktion und den Modus-Slider gemeinsam anschauen. Das sind zwei Voreinstellungen, die quasi immer wirksam sind, die man aber auch verändern und aushebeln kann. Wir haben hier folgende Geschichte. Wir haben hier Häuser und wie ihr seht, ist hinter diesem Haus kommt das Licht her. Da muss irgendwo die Sonne sein. Und diese Sonne, die würde ich gerne verstärken. Jetzt können wir natürlich mit einer normalen Luminanzmaske nicht arbeiten. Ich kann euch das ja mal zeigen. Wir nehmen mal diesen Lichteinfall hier. Den nehmen wir jetzt mal und zwar mit diesen normalen Voreinstellungen, wie wir sie immer haben. Also die Luminanzmaske ist auf 0 und der Ebenenmodus ist auf negativ multiplizieren. Ich setze das jetzt mal ein. Ihr seht, wird hier sofort eine Gruppe erstellt mit eben dieser Luminanzmaske und diesem Lichteinfall. Der Lichteinfall kommt jetzt von links oben nach rechts unten. Das ist natürlich falsch rum. Daher muss ich den jetzt hier einmal spiegeln. Jetzt ist er hier oben und die Ebene hat noch nicht die richtige Größe. Also entweder verschiebe ich die jetzt per Hand oder ich skaliere sie einfach auf die Arbeitsfläche. Zum Skalieren kommen wir natürlich dann noch. Und jetzt blende ich mal diese Maske aus über den Dichteregler und ihr seht, wo jetzt dieses Licht gelandet ist. Also das heißt, hier ist ungefähr die Sonne und dann wird sie ein bisschen schwächer und hinter dem Haus erscheint sie dann. Wenn ich jetzt das aber mit einer Luminanzmaske mache, dann seht ihr, dass das Haus ja im Grunde durchsichtig wird. Wir können uns die Maske ja mal anschauen, wie die aussieht. Das ist natürlich eine ganz normale Schwarz-Weiß-Darstellung von meinem Bild. Das heißt, hier ist sie heller und hier in den Fenstern ist sie dunkler. Also dort, wo sie dunkler ist, wird sie ausgeblendet. Dort, wo es heller ist, kommt das Licht durch. Und das kann ja nicht sein. Das ist ja unrealistisch, oder? Das heißt, wir müssten hier eine ganz andere Art der Maske haben. Die können wir uns ja mal kurz erstellen. Und zwar ist das eine ganz normale Freistellungsmaske, so wie wir das schon tausendmal auch gemacht haben. Wir nehmen jetzt einfach hier das Objektauswahlwerkzeug, klicken auf Motiv auswählen und bekommen jetzt eine Auswahl. So, jetzt habe ich die Auswahl und jetzt mache ich genau dasselbe, was ich vorher auch gemacht habe. Ich habe die Einstellung 0 und negativ multiplizieren. Jetzt passiert aber was Besonderes. Sobald ihr eine aktive Auswahl habt, wird diese Voreinstellung von der Maske ausgehebelt. Das heißt, die ist dann nicht mehr wirksam, sondern die Auswahl wird dann als Maske verwendet. Also wir machen dasselbe nochmal. Ich nehme dieses Overlay. Das wird eingesetzt. Jetzt seht ihr, wie die Maske aussieht. Mit einem Altklick schauen wir uns das mal an. Das ist das, was mir die Motivauswahl geliefert hat. Die ist natürlich falsch rum, weil ich will das Licht ja im Himmel haben. Das heißt, der Himmel muss weiß sein und die Häuser sollen es ausblenden, also müssen die Häuser schwarz sein. Also, ich markiere die Maske und mit Befehl und I invertiere ich die. Jetzt ist es schon mal richtig rum, aber wir müssen ja diese Ebene noch einmal spiegeln und einmal skalieren. So, und jetzt wäre es schon perfekt im Grunde. Jetzt habe ich hinter dem Haus das Licht. Jetzt muss ich nur noch erreichen, dass die Lichtstrahlen über die Kanten der Häuser hinaus strahlen. Das heißt, dass ich jetzt hier einfach eine weiche Kante einsetze. Schau mal. Das ist ohne Kante und das ist mit Kante. Und das Einzige, was ich jetzt noch machen müsste, wäre, dass ich vielleicht dieses Licht hier einfärbe. Das sparen wir uns jetzt mal. Das soll jetzt kein Workshop sein, wie man dieses Bild zu Ende bearbeitet, sondern das wäre jetzt zum Beispiel eine überstrahlende Freistellungsmaske, die ich einfach weich gezeichnet habe. Also, wir können mit dem Maskenslider hier oben einmal eine Vorenstellung machen für Luminanzmasken. Wir können aber auch jegliche Ebene nehmen. Ich mache mal einfach eine neue Ebene und können an dieser Ebene eine beliebige Luminanzmaske dranhängen. Das heißt, das ist ja auch ganz praktisch. Dann muss man halt nicht immer diesen Befehlsklick machen und eine Maske erzeugen, sondern ich kann jetzt einfach sagen, ich möchte jetzt eine Maske haben, die ist minus 1. Das heißt, wir haben hier minus 2, minus 1, 0, plus 1, plus 2. Das heißt, die haben unterschiedliche Helligkeiten. Jetzt mache ich mal was an der Ebene. Ich mache die jetzt mal ganz hell. So. Und jetzt setze ich mit dem Pfeil hier, während die Ebene markiert ist, eine Luminanzmaske ein. Und dann sieht das ganz anders aus, oder? Mit dieser Maske. Das heißt, ich will euch jetzt nicht davon überzeugen, Luminanzmasken zu verwenden. Ich will euch nur zeigen, dass man also diese fünf verschiedenen Einstellungen mit der Pfeiltaste hier einfügen kann. So. Als Maske. Das ist die eine Funktion. Die andere Funktion ist eben die, dass es eine Voreinstellung ist für alle neuen Gruppen, die ich erzeuge. Das heißt, wenn ich eine zweite Gruppe erzeuge mit, sagen wir mal, plus 1 und hier auf Neu klicke, dann bekomme ich eine Gruppe mit eben dieser Maske dran. Das ist eigentlich schon alles, was man dazu sagen kann. Das ist super easy. Eine Auswahl hebelt die Maskenvoranstellung aus. Das heißt, dann bekomme ich die Auswahl als Maske. Und wenn ich keine Auswahl habe, dann wird eine Maske erzeugt. Und zwar an jede beliebige Ebene mit der Einstellung, die ich hier treffe. Bei dem Modus Slider ist es nicht anders. Ich könnte jetzt zum Beispiel, das ist ja, wenn ich jetzt diese Gruppe erzeugt habe, ist ja immer diese Ebene hier markiert. Und ich sehe, das ist mir nicht hell genug. Also gehe ich doch mal hier eine Einstellung weiter auf linear abwildeln und könnte jetzt zum Beispiel diese Ebene im Ebenenmodus verändern. Okay, das macht halt nicht immer Sinn, je nachdem welcher Ebenenmodus das ist. Aber ihr seht, man kann hier sehr schnell rumprobieren. Das sind nur acht Stück. Wir haben halt acht Stück ausgewählt, die man häufig eben bei Overlays verwendet. Und hätten wir jetzt alle 27 genommen, dann hätte man auch genauso gut wieder hier in das Menü reingehen können, um das hier auszuprobieren. Okay? Gut, also wenn ihr irgendeinen exotischen Ebenenmodus braucht, dann macht ihr das halt eben über das Menü. Wir haben hier eingebaut normal, negativ multiplizieren, linear abwildeln, farbig abwildeln. Jetzt müsste multiplizieren kommen, weiches Licht, ineinander kopieren und Farbe. Das sind so die, die man halt gerne verwendet für Overlays und die kann man einmal als O, als Voreinstellung hier einstellen. Das heißt, wenn ich jetzt diese Ebene hier von negativ multiplizieren auf linear abwildeln stelle und ich jetzt, sagen wir mal, mit der Shift-Taste eine neue Ebene hier produziere, so, dann bekommt die auch linear abwildeln. Ich kann sie aber nachträglich wieder auf negativ multiplizieren stellen. Jetzt gibt es häufiger den Fall, dass man sowas jetzt gemacht hat. Ich stelle die jetzt mal wieder auf negativ multiplizieren ein. Man hat jetzt sowas hier gemacht und möchte jetzt für die nächste Ebene, die man erzeugt, einen anderen Ebenenmodus haben. Aber ich will jetzt, weil die ja hier gerade markiert ist, hier diesen Ebenenmodus nicht verändern. Das heißt, jedes Mal, wenn ich an dem Slider ziehe, verändere ich ja versehentlich den Ebenenmodus dieser Ebene, obwohl ich eigentlich die Voreinstellung ändern will. Und dafür haben wir halt die Alt-Taste eingebaut. Das heißt, wenn ich die Alt-Taste halte und jetzt hier den Ebenenmodus verändere, dann wird nicht der Ebenenmodus der aktuellen Ebene ersetzt. Außerdem haben wir ja noch Folgendes eingebaut, dass es sehr schlecht ist, wenn man zum Beispiel eine Maske, eine Gruppe markiert hat. Und wenn man jetzt hier den Ebenenmodus verändert, dann funktioniert die ganze Gruppe nicht mehr mit den Ebenen da drin. Also das ist jetzt ein kompliziertes Thema. Eine Gruppe sollte grundsätzlich auf dem Durchwirkung stehen. Nur wenn ihr euch wirklich auskennt, benutzt ihr einen anderen Ebenenmodus. Und damit das nicht versehentlich passieren kann mit dem Slider, haben wir das so gemacht, dass dieser Slider kann keine Gruppen verändern. Der kann nicht den Ebenenmodus einer Gruppe verändern, sondern nur von einer Ebene. Also Gruppen kann man damit nicht verändern, einfach um zu verhindern, dass man hier den Ebenenmodus, weil das seht ihr ja, das funktioniert nicht mehr. Und das ist mir halt, während ich die Videos aufgenommen habe, so oft passiert, dass wir diese Funktion nachträglich eingebaut haben. Gut, also das ist eigentlich das, was man hier zu dem Slider sagen kann. Man kann eine Voreinstellung treffen, man kann damit bestehende Ebenen in Ebenenmodus verändern. Wenn man nur die Voreinstellung ändern will, hält man die Alt-Taste gedrückt und man kann keine Gruppen damit verändern. Das ist eigentlich schon alles, was man dazu sagen kann. Hoffe ich, dass ich nichts vergessen habe und dann gehen wir jetzt mal zum nächsten Thema. Schauen wir jetzt mal zusammen diese vier Buttons hier an, die wir neben dem Modus Slider finden. Das sind die Transformations-Buttons, die sehr praktisch sind und ihr habt die auch schon in Aktion gesehen. Ich will jetzt einfach nochmal speziell darauf eingehen. Und zwar brauche ich jetzt mal folgendes. Ich brauche jetzt mal keine Maske und ich brauche auch mal keinen Ebenenmodus. Also keine Maske und normal, damit man es einfach besser sehen kann. Ich suche mir jetzt mal eine Ebene, die hier nicht reinpasst. Und zwar eine Hochkantebene. Die packe ich jetzt mal hier rein. Und es passiert dasselbe wie immer. Wir haben hier einen Ordner und eine Ebene. Und was habe ich falsch gemacht? Ich habe diese Ebene markiert, also entsteht der Ordner hier. Ziehen wir ihn einfach mal nach oben. Ich weiß gar nicht, warum ich die Sonne hier drin gelassen habe. So, wir fassen das mal zusammen hier mit Befehl und E. Dann stört uns das nicht mehr. So, Smart Object, ganz wichtig. Das ist eine Voreinstellung in Photoshop. Alles, was platziert wird in Photoshop, das wird auch normalerweise in ein Smart Object verwandelt. Das heißt, wir können skalieren, wie wir wollen, ohne dass wir das Original zerstören. Weil wenn man ohne Smart Object skaliert, hin und her, bei jedem Skalieren-Vorgang verliert diese Ebene an Qualität. Bei Overlays ist das eigentlich egal, weil, selbst wenn das Bild so groß wäre wie eine Briefmarke und ich das hochskaliere, sieht man kein Rauschen oder so, weil ja normalerweise hier ein Ebenenmodus drauf ist. Und das verhindert im Grunde in der Regel, dass wir irgendwelche Bildstörungen bekommen oder sowas. Ich gehe jetzt nochmal auf Normal zurück. So, was ist jetzt passiert? Wir haben eine Arbeitsfläche. Und diese Arbeitsfläche, ich mache mal Befehl und A, ich wähle mal alles aus, das ist die Arbeitsfläche. Und wenn wir jetzt eine Ebene hier platzieren, dann möchten wir natürlich nicht, dass diese Ebene über diese Arbeitsfläche hinausschaut. Das heißt, dass die Ebene, die wir platzieren, so groß in die, proportional so groß in die Arbeitsfläche hineinskaliert wird, dass sie also reinpasst, aber eben nicht überlappt. Ich gehe jetzt mal auf das Verschieben-Tool. Das heißt mit V und dort seht ihr ja diesen Begrenzungsrahmen. So, wir möchten also nicht, dass das so aussieht. Das wäre doof, wenn irgendwie von der Ebene was abgeschnitten ist, weil es sind ja nicht immer Lichttexturen, es könnten ja auch Objekte sein oder sowas. Das proportionale Skalieren ist auch deswegen wichtig, weil man ja nicht weiß, was man hier einsetzt. Weil, wie gesagt, wenn es Objekte sind, dürfen die ja nicht verzerrt werden. So, bei Lichttexturen ist es jetzt ganz einfach, weil die kann man skalieren, wie man will. Da würde ich jetzt einfach auf diesen Button hier klicken. Das ist einfach der ganz normale Transformations-Button. Der macht folgendes, der vergrößert eine Ebene auf die Arbeitsfläche und zwar nicht proportional. Das ist ganz wichtig, dieser Unterschied. Bei dieser Ebene spielt das ja jetzt keine Rolle, weil, woher soll ich jetzt wissen, was hier proportional ist? Das ist total egal. Wenn ich jetzt zum Beispiel aber eine Sonne nehme, nehmen wir mal die hier, ich ersetze diese Ebene jetzt mal, dann seht ihr folgendes, wenn ich eine neue Ebene einsetze, dann wird die auch neu skaliert. So, das bedeutet, dass sie eben nicht die Skalierung der vorherigen Ebene bekommt, weil dann wäre die Sonne ja jetzt verzerrt. Weil wenn ich sie jetzt hier auf die Arbeitsfläche transformiere, dann habe ich ja keine Sonne mehr, die rund ist, sondern ich habe ja eine Ellipse bekommen. Und das ist ja eine Sache, da weiß man nicht, will man das oder will man es nicht. Deswegen haben wir uns dazu entschieden, ich mache das mal rückgängig, dass jede neue Ebene proportional in die Arbeitsfläche hineinskaliert wird. Okay? Gut, wenn man jetzt sehen möchte, das hat jetzt aber mit der Overlay Machine eigentlich nichts zu tun, wie die Originaldatei ist, wie groß die ist, dann geht man in der Eigenschaftenpalette auf diesen Zurücksetzen-Button und dann sieht man, guck mal, so groß ist die eigentlich. Ja, also das ist eben die Skalierung, die wir bekommen durch das Einsetzen, aber die Originalgröße ist eigentlich so. Es hätte jetzt aber auch kleiner sein können. Jetzt möchte ich das wieder auf die Arbeitsfläche skalieren, aber eben nicht verzerrt, sondern proportional. In diesem Moment halte ich die Alt-Taste gedrückt und klicke auf diesen Transformations-Button und dann wird die Ebene proportional in die Arbeitsfläche hineinskaliert. Das ist jetzt eine, wie soll ich sagen, so eine Art Automatismus, mit dem wir hier arbeiten. Natürlich möchte man das nicht immer, dass es diese Größe hat. In dem Moment könnt ihr einfach hier mit der Shift und sagen wir mal mit der Alt-Taste das auf diese Größe bringen, die ihr gerne haben möchtet. Natürlich dann in dem Ebenenmodus, sonst sieht man ja nichts, und könnt ihr dann hier die Sonne so einbauen zum Beispiel. Okay? So, das ist jetzt die eine Funktion. Es gibt noch eine Spezialfunktion des Transformations-Button. Das ist nämlich die, dass wir in eine Auswahl hinein transformieren. Wenn ich jetzt hier so eine Auswahl treffe, diese Ebene ist markiert und dann auf den Transformations-Button klicke, dann wird diese Ebene in die Auswahl hinein transformiert. Das ist auch eine sehr praktische Sache, die man gut verwenden kann. Das heißt, jede Auswahl kann als Grundlage für die Größe einer Skalierung benutzt werden. Man kann eine Ebene nicht nur transformieren, selbstverständlich kann man die auch spiegeln. Das ist eine ganz wichtige Funktion. Wenn ich einfach auf den Spiegeln-Button klicke, dann wird horizontal gespiegelt. Wenn ich die Alt-Taste halte, wird vertikal gespiegelt. Mehr kann man dazu nicht sagen. Auswahlen haben auf diesem Button keinen Einfluss, genauso wie auf den Drehen-Button ohne Alt-Taste in Uhrzeigersinn und mit Alt-Taste gegen den Uhrzeigersinn. Und falls ihr mal mit einer Ebene irgendwas machen wollt, ihr habt zum Beispiel keine Lust, ihr seid jetzt hier im Hand-Tool zum Beispiel und wollt es nicht wechseln, dann geht ihr einfach hier auf den vierten Button, kommt in den Transformations-Dialog, so wie ihr das gewohnt seid und könnt alles damit machen, was ihr sonst auch noch machen könnt. Habt ihr euch jetzt einen Kurzbefehl gespart und habt euch auch gespart, das Tool zu wechseln, weil wenn ich jetzt auf OK klicke, dann bin ich wieder in meinem Hand-Tool. Ich meine, das ist jetzt echt unwichtig, aber wie gesagt, ihr könnt transformieren auf die Arbeitsfläche, mit der Alt-Taste proportional auf die Arbeitsfläche skalieren, beziehungsweise beide Funktionen für eine Auswahl verwenden, dann könnt ihr horizontal und vertikal spiegeln und gegen den Uhrzeigersinn und mit dem Uhrzeigersinn drehen, beziehungsweise alle Funktionen des Transformations-Dialogs für die markierte Ebene verwenden. Auch wenn ich das vielleicht das ein oder andere Mal vorher schon angesprochen habe, wollte ich jetzt nochmal speziell zu dem Thema kommen, mehrere Ebenen und mehrere OVL, also Overlay-Machine-Gruppen, wie man damit arbeitet. Ihr seht, dass ich jetzt hier mal ein bisschen rum improvisiert habe und auch ein bisschen übertrieben habe. Ich bin da halt auch noch in der Probierphase gewesen und habe einfach mal ein Bild bearbeitet, ausschließlich mit Overlay-Geschichten, mit unserem neuen Plug-In hier. Ich werde die jetzt alle mal löschen und wir fangen mal von unten an. Hier ist es ja so, dass ich gerne den Hintergrund austauschen würde. Jetzt fällt mir aber gerade auf, dass ich mit dieser Datenbank das hier gar nicht machen kann, sondern ich eine andere laden muss. Dann kann ich euch auch zum ersten Mal zeigen, wie man das macht. Ich gehe jetzt mal auf Backup wiederherstellen. und suche mal auf der Festplatte meinen Ordner mit den Backups. Ich glaube, dass der auch schon automatisch ausgewählt wurde. Ja, genau. Ich habe mir eins gemacht für das Tutorial, wo halt unterschiedliche, dass das richtig unterschiedliche Overlays drin sind. Der fragt mich immer, ob ich die Einstellungen übernehmen will. Nee, will ich nicht. Ich will einfach die Einstellungen haben, wie ich sie vorher hatte. Und jetzt haben wir hier verschiedenste Overlays drin, die ich jetzt zum Beispiel für sowas verwenden kann. Gut, dann wollen wir mal freistellen. Was ich jetzt brauche, ist natürlich eine Freistellungsmaske, beziehungsweise eine Auswahl, mit der ich dann eine Maske produziere. Das machen wir einfach hier über die Objektauswahl und Motiv auswählen. Ganz einfache Geschichte. Und wenn ich jetzt einen Hintergrund austausche, dann brauche ich keinen Ebenenmodus und auch keine Luminanzmaske. Deswegen stelle ich die Maske mal auf Null. Das könnte ich auch jederzeit nachträglich machen. Das ist aber verwirrend. Am besten stellt man sich das immer so ein, dass das Ergebnis schon richtig ist, weil dann hat man auch diesen Vorher-Nachher-Eindruck. Und jetzt suche ich mir mal einen Hintergrund, zum Beispiel diesen Papier-Hintergrund hier und setze den ein. Jetzt sehen wir gleich, die Objektauswahl wählt natürlich das Objekt aus und lässt das weiß in der Maske. Das kann man hier gut sehen. Und wir brauchen es aber genau andersrum. Das heißt, dass ich die Maske aktiviere und mit Befehl und I sie umdrehe. Und dann haben wir es ja im Grunde schon freigestellt. Jetzt müssen wir halt nur den Hintergrund noch skalieren. Der soll natürlich über die ganze Breite gehen. Also können wir einfach hier den Transformations-Button benutzen und haben es jetzt einfach ganz schnell mit einem Mausklick auf die Breite transformiert. So, als nächstes möchte ich Folgendes ausprobieren. Und zwar habe ich letztens versehentlich mal diesen Wasserfall hier. Wo ist denn der? Hier ist so ein Wasserfall. Und den habe ich versehentlich mal in eine Datei eingesetzt. Ich weiß gar nicht, wie der hier in die Datenbank reingekommen ist. Und ich fand das eigentlich eine ganz interessante Bildstörung. Jetzt ist es so, dass wir natürlich hier dann eine Luminanzmaske brauchen, damit diese Bildstörungen, zum Beispiel in den Tiefen, dort wo die Augen sind oder die ganzen Schatten sind, nicht so stark zum Tragen kommt, wie auf dem Hintergrund. Eigentlich will ich das ja nur auf dem Hintergrund haben, aber vielleicht auch ein bisschen im Motiv drin. Wir gehen mal so ein bisschen Richtung Vintage. Dafür brauche ich aber einen neuen Ordner, weil ich habe doch jetzt hier einen Ordner mit einer Freistellungsmaske. Ich brauche jetzt aber einen Ordner mit einer Luminanzmaske. Deswegen muss ich jetzt hier zum ersten Mal diesen Button benutzen. Neue Gruppe. Okay. So, was wir jetzt hier für einen Ebenenmodus nehmen, weiß ich noch nicht. Ich stelle den mal vor. Ich stelle den mal ein hier auf Negativ multiplizieren. Und ihr seht jetzt, dass sich der Ebenenmodus von der Gruppe nicht verändert hat. Das habe ich euch ja auch schon erzählt. Dieser Modi-Slider kann keine Gruppen verändern, weil das ist mir schon so oft passiert, dass ich versehentlich den Ebenenmodus einer Gruppe verändert habe. Und dann funktionieren ja die Ebenenmodi von den Ebenen da drin nicht mehr. Okay, also bauen wir da mal den Wasserfall ein. Klicke ich einfach hier drauf. Und jetzt haben wir ja zwei OVL-Gruppen. Jetzt ist es wichtig, welche Gruppe markiert ist. Wenn keine Gruppe markiert ist, wird automatisch die oberste genommen, um dort eine neue Ebene reinzutun oder eine schon vorhandene auszutauschen. Wenn ich jetzt diese Gruppe markiere, dann würde jetzt die neue Ebene hier reinkommen. Also, es ist immer ganz wichtig, am besten markiert man sich das, wo man arbeiten will. Das ist ja bei Photoshop ganz normal. Man muss immer aufpassen, was markiert ist in der Ebenenpalette, bevor man irgendwas macht. Und hier ist es ja ganz genau so. Ich markiere diese Gruppe und packe jetzt mal diese Ebene mit einer Luminanzmaske in der Einstellung 0 und mit Negativ multiplizieren hier rein. Und das sieht doch eigentlich schon ganz interessant aus. Ich müsste jetzt vielleicht das Bild ein bisschen skalieren. Ich gehe mal auf diesen Transformationsdialog-Button. Dann brauche ich das Werkzeug nicht zu wechseln. Ziehe das einfach hier ein bisschen runter und sage OK. Gut. Jetzt schauen wir mal, wie das aussieht, wenn ich die Maske hier oben ein bisschen ausblende. Das mache ich ja immer bei den Luminanzmasken. Dann wird der Effekt natürlich stärker. So wäre er mit Negativ multiplizieren ohne Maske. Hier ist er mit Maske. Und eigentlich ist der Effekt zu stark. Natürlich werden wir das auf den Modellen noch mehr ausblenden, aber auch für den Hintergrund ist er zu stark. Deswegen würde ich jetzt mal versuchen, hier eine dunklere Maske einzufügen. Jetzt gibt es noch eine Spezialfunktion. Die habe ich in dem Part, wo es um die Maskenslider ging, habe ich gar nicht erzählt. Wenn ihr manuell eine Maske nachträglich ändert, dann wird automatisch die markierte Ebene kurz ausgeblendet, um die Maske zu erstellen. Weil in der Regel ist es so, dass diese Ebenen, die ich markiert habe, wo ich eine Maske reinmachen will, diese Luminanzmaske stören würden. Eigentlich müsst ihr das auch gar nicht wissen. Das ist ein Automatismus, der im Hintergrund läuft. Den kriegt man überhaupt nicht mit. Außer, dass wir jetzt hier eine Maske haben, wo diese Störung nicht mit drin ist. Seht ihr? Die Störung ist nicht mit in der Maske drin. Das heißt, dass diese Ebene hier, diese Gruppe, wurde kurzzeitig ausgeblendet. Jetzt finde ich es schon ein bisschen besser als vorher. Wir könnten auch noch mal minus 2 versuchen. Habe ich jetzt keinen Unterschied? Habt ihr einen Unterschied gesehen? Ich mache noch mal minus 1. Ja doch, ist ein Unterschied. Ich würde mich hier für minus 2 entscheiden. Glaube ich. Das finde ich irgendwie ein bisschen subtiler. Und jetzt müssen wir das aus dem Motiv noch ein bisschen rausholen, weil natürlich überall, wo jetzt das Bild hell ist, dort ist der Effekt stärker. Und das machen wir einfach, indem ich hier diese Maske mit der Alt-Taste auf diese Wasserebene ziehe. Dann ist es aus dem Modell komplett ausgeblendet. Und jetzt ändern wir hier die Dichte so lange, bis wir das Gefühl haben, ja, das sieht doch okay aus. Also ich habe jetzt hier immer noch so Bildstörungen drin. Irgendwie geht dieser Slider nicht mehr so richtig. Aber ihr seht auch, dass ich die Beta-Version hier verwende. Vielleicht liegt es ja auch daran. Manchmal springt er hier auf 100 zurück. Ich weiß nicht genau, warum. Gut. Jetzt haben wir die Störungen im Hintergrund und im Vordergrund, aber wir haben das voneinander getrennt mit zwei verschiedenen Masken. So. Finde ich ganz gut. Okay. Als nächstes wäre es vielleicht ganz gut, wenn man jetzt Richtung Vintage gehen will, dass wir das Motiv etwas entsättigen. Das richtige Entsättigen, da kann ich jetzt noch nochmal ein extra Video zu machen, wie man das macht. Da gibt es halt verschiedenste Methoden. Wir werden jetzt einfach mal die Overlay-Maschinen zu entsättigen benutzen. Und zwar brauchen wir dazu eine graue Ebene im Modus Farbe. Wenn du eine 50% graue Ebene nimmst und die in den Modus Farbe packst, dann kriegst du eine korrekte Schwarz-Weiß-Umsetzung. Das wäre dann aber komplett Schwarz-Weiß. Und wir nehmen jetzt mal ein Overlay, was eben nicht überall 50% grau ist, sondern unterschiedliche Grauwerte hat und kriegen dadurch eine Unregelmäßigkeit in der Entsättigung. Das will ich mal zeigen. Dafür brauchen wir auch eine neue Gruppe, würde ich mal sagen. Ich glaube ja, mit einer anderen Maske. Und zwar probieren wir mal aus, so eine Papiertextur hier, wie das kommt. Keine Ahnung, das ist jetzt improvisiert. Man könnte auch so einen Hintergrund hier nehmen, könnte man auch versuchen. Wir versuchen jetzt mal diese Papiertextur. Das heißt, dafür brauchen wir auch eine neue Gruppe. Und da ich nicht genau weiß, was die für eine Maske kriegen soll, werde ich jetzt mal das auf Null stellen und ich werde eine Voreinstellung machen für die Farbe. Wenn man eine Voreinstellung ändern will, ohne dass eine markierte Ebene den Ebenenmodus wechselt, halte ich die Alt-Taste gedrückt und gehe jetzt hier mal auf den Modus Farbe. So, und dann müsste das Ergebnis auch schon wieder richtig sein. Das heißt, erst mache ich mir eine neue Gruppe. Die wird immer ganz oben erzeugt und dann kommt hier meine Ebene rein. Ich nehme mal die hier. Die kommt jetzt in die markierte Gruppe rein und ihr seht, dass die jetzt hier entsättigt wurde. Jetzt müssen wir die Ebene natürlich wieder auf das Format skalieren. So, und jetzt habe ich hier meine unregelmäßige Entsättigung, die ich natürlich einfach dadurch, dass ich jetzt hier die Deckkraft ändere. Dadurch kann ich den Grad der Entsättigung bestimmen. Das ist eigentlich auch ein ganz cooler Trick, weil das funktioniert viel besser, also auch mit einer grauen Farbfläche zum Beispiel, als zum Beispiel mit einer Farbton-Sättigung. Die hat nämlich eine völlig falsche Art, mit Farben umzugehen. Aber das habe ich alle schon auf meinem Kanal vielfach thematisiert. Interessiert uns jetzt nicht so doll. und so seht ihr, guckt mal, jetzt haben wir hier entsättigt, aber, pass auf, und das ist der springende Punkt, ich mache mal diese Maske hier oben aus, guckt mal, wie das jetzt aussieht. Wir haben zum Beispiel jetzt hier, wo die Tiefen sind und die Augen und so, dort haben wir eigentlich die Originalfarben erhalten und das macht dann diesen speziellen Look aus. So, und jetzt sind wir im Grunde schon fast fertig. Wir könnten natürlich jetzt noch versuchen, einen Lichteinfall reinzubringen und wenn man sich mal das Original anschaut, dann sehen wir, dass es hier ein bisschen heller ist als da. Also das Licht müsste dann schon von rechts oben kommen oder sowas. Und schauen wir mal, ob wir hier irgendwas haben. Naja, das ist jetzt, diese Lichteinfälle hier sind jetzt alle nicht so dolle. Also ihr seht, dass ich bin in der Originalversion eben, als ich die Ebenen gelöscht habe, da habe ich mit diesen Strahlen hier versucht. Wir versuchen jetzt mal so ein normales Overlay zu nehmen. Wir nehmen einfach mal das hier und auch hier würde ich eher dazu tendieren, eine neue Gruppe zu nehmen, obwohl wir könnten auch diese Standardmaske nehmen, aber bei Lichtoverlays muss man die Maske immer ausblenden, ein bisschen mit der mit der Dichte und deswegen glaube ich, dass ich auch hier eine neue Gruppe nehmen werde und zwar mit der Einstellung Null. So, jetzt haben wir schon unsere vierte Gruppe und da packe ich jetzt, die Ebene ist, also die Gruppe ist markiert, also kommt die Ebene da rein. Da packe ich jetzt mal das Ding rein. Im Modus Farbe, das ist natürlich falsch, ich werde den jetzt nachträglich ändern auf negativ multiplizieren, dann wird die ganze Ebene gespiegelt und auf die Größe skaliert. Die Farbe ist nichts, die Farbe ist nicht so schön, jetzt werde ich aber was machen, und zwar das Gegenteil, von dem was ich euch eben gesagt habe. Ich nehme eine Farbton-Sättigung, bringe die in Schnittmaske und stelle die auf Färben. So, und jetzt kann ich nämlich eine individuelle Farbe einstellen, wie ich möchte. Das heißt, wenn ich hier die Sättigung rausnehme, habe ich einfach nur weißes Licht und wenn ich jetzt hier Farbe reinnehme, kann ich jetzt, das müsste ein bisschen gelber sein, oder? So ein bisschen, ein bisschen gelb und wenn man das Weiß einfärben will, das kann nämlich eine Farbton-Sättigung nicht, die kann kein Weiß färben, dann muss man hier diesen Slider ein bisschen in den Minusbereich bringen und dann kann ich hier so eine Färbung reinbringen und ihr seht, dass diese Lichtstrahlen jetzt nicht so doll mehr sichtbar sind. Ich werde jetzt mal hier die Dichte rausnehmen. So, und ihr seht, jetzt kommen wir, jetzt springt der schon, wie habt ihr gesehen, der springt wieder auf 100 zurück, der Slider, ich weiß nicht warum. So, und das Overlay ist nicht so toll. Ich glaube, in dieser Datenbank habe ich nicht so tolle Overlays dafür. Wir können nochmal das hier ausprobieren, dann müssen wir das auch wieder spiegeln und skalieren. Das ist ein bisschen schöner. Oder wir probieren mal das hier aus und spiegeln und ich weiß gar nicht, ob wir skalieren müssen. Ja, das finde ich fast ein bisschen besser. Gucken wir mal, wie das ist ohne. So, guck mal, dadurch, dass jetzt die Strahlen durch das ganze Bild gehen und ich sie eingefärbt habe, verändere ich das Color Grading von dem ganzen Bild. So, haben wir das schon ausgeblendet? Ohne? Und mit. So, jetzt seht ihr, jetzt fängt das Improvisieren an. Hier weiß ich jetzt nicht genau weiter. Hier müsste man jetzt einfach noch einen Overlay suchen, der dazu passt. Und das kann man nämlich ganz einfach machen. Ich habe den nämlich hier nicht in der Datenbank drin und ich weiß auch nicht, wo der jetzt auf der Festplatte liegt. Da müsste ich jetzt suchen. Sonst mache ich eine kurze Pause, suche einen Ordner auf der Festplatte und dann zeige ich euch das, weil das kann man mit dem Ladenbutton machen. Mit dem Ladenbutton kann man on the fly einfach eine einzelne Datei in die Datenbank reinladen und gleichzeitig hier eine bestehende OVL-Ebene entweder austauschen oder einen neuen Ordner erstellen. Das ist dann gut, wenn ich weiß, was ich da einsetzen will. Wenn ich das nicht weiß und das mehrere sein sollen, dann müsste ich wieder hier über den Import gehen. Ich will euch jetzt mal ganz kurz einen Workflow zeigen, wie ich das mache, weil das Problem ist nicht das Laden oder dass man hier Sachen in die Datenbank reinkriegt, sondern das Problem ist folgendes. Ich gehe jetzt mal auf den Ladenbutton und gucke mal, wie das aussieht. Jetzt bin ich in so einem Ordner drin und ich kann hier, zumindest mir jetzt beim Mac keine Methode bekannt, wie ich dieses Huntnails größer machen könnte. Man kann das auf dem Finder machen mit einem Slider, aber nicht in einem öffnen Dialog. Das heißt, jetzt habe ich den ja schon so eingestellt, dass man die Icons zieht. Normalerweise arbeite ich ja so. Das heißt, ich müsste jetzt hier mit der Pfeiltaste zum Beispiel hier die alle durchgehen und das dauert ja Stunden. Ich kann doch nicht jedes Mal diese 5000 Dateien alle einzeln durchgehen, sondern ich muss das irgendwo durchscrollen können, wo es größere Thumbnails gibt, zum Beispiel in der Bridge, oder in Lightroom. Das ist eben das Problem dabei. Wenn du jetzt schon genau weißt, welche du haben willst und wo die liegt, dann nimmst du einfach den Ladenbutton. Ich kann es ja jetzt einfach mal machen mit einer beliebigen. Ich mache das jetzt einfach mal, damit ihr seht, wie das funktioniert. Jetzt hat sich das hier oben reingeladen und es hat diese eben ersetzt und ich müsste es natürlich jetzt wieder spiegeln. Eigentlich ist es gar nicht so schlecht, aber ich muss natürlich das Ding anders skalieren. So, warte mal. Dann machen wir das mal ein bisschen nach oben, ein bisschen nach da. Das könnte man eventuell machen. Man könnte es sogar ein bisschen drehen. Das könnte man sogar machen. Stell dir vor, wir haben jetzt das Modell tot geblitzt und das hier ist der Blitz, der auf dem Hintergrund landet. Dann könnte man das machen. Eventuell sollte man in diesem Fall die Maske noch etwas deutlicher machen. Das ist jetzt aber ein purer Zufall, weil ich habe nämlich eben wirklich Folgendes gemacht. Ich bin zu Leitrung rübergegangen. Das zeige ich euch mal ganz kurz in einem anderen Wirklo, weil der ganz wichtig ist. Und bin von oben runter, habe mir jeden einzelnen Ort angeguckt, bis nach unten runter und habe nichts gefunden und bin jetzt quasi hier gelandet und dachte mir, jetzt probiere doch mal das aus, aber vielleicht ist das ja auch gut. Und wie macht man das? Ihr seht, ich habe hier ein Stichwort eingegeben. Das heißt, alle die, die ich ausprobieren möchte, die kriegen jetzt so ein Stichwort. Das habe ich mir hier einmal reingetippt, dann rauskopiert und dann setze ich das über die Zwischenablage ein. Ich habe das jetzt einfach mal bei ein paar gemacht und jetzt zeige ich euch mal ganz kurz diesen Workflow. Der ist ziemlich cool, wie ich finde. Ich gehe jetzt hier auf Import, weil es sind ja jetzt mehrere Dateien, die ich importieren will, nicht nur eine. Und jetzt muss ich mir den Oberordner suchen. Das heißt, ich möchte jetzt gar nicht wissen, wo die einzelnen Dateien liegen. Die können in verschiedenen Ordnern liegen, sondern ich nehme mir jetzt diesen Oberordner oder den Oberoberordner und suche einfach nach diesem Stichwort, grenze die Suche ein auf eben diesen Texturenordner, den ich eben markiert habe, markiere mir die alle und kann die jetzt alle zentral sozusagen importieren. Das wäre jetzt mein normaler Workflow, wie ich arbeiten würde. Das heißt, das sind jetzt sechs neue und die könnte ich jetzt hier einfach ausprobieren. Mit dem hier bin ich aber eigentlich schon ganz zufrieden. Ich lasse das jetzt mal. Ich wollte euch nur mal ganz kurz zeigen, wenn man mit der Datenbank arbeiten will, also der OVL-Datenbank arbeiten will, dann muss man auch mit der so arbeiten, dass die Dateien da drin landen. Ich hätte jetzt auch genauso gut einfach über die Bridge gehen können und hier eine neue reinziehen. Aber die, wieso die? Aber das Overlay, das wäre ja jetzt nicht Teil der Datenbank. Das wäre nicht in der Datenbank drin. Natürlich kann ich das über den Speicher-Button da reinholen. Dann würde ich aber das Original duplizieren. Das heißt, einmal habe ich eine Datei vom Schreibtisch geholt. Die liegt ja irgendwo auf dem Finder. Dann habe ich die in Photoshop reingeholt und speichere die hier ab. Dann ist es aber eine Kopie, die ich neu abspeichern muss. Das heißt, dass ich dann, wenn ich so arbeite, viele doppelte Dateien auf dem Rechner habe, was mir sehr unangenehm wäre. Das heißt, mein Workflow ist eben der, dass ich dann auch so arbeite, dass diese Overlays, mit denen ich arbeiten möchte, auch in der Datenbank drin sind. Jetzt wollen wir uns mit einem ganz wichtigen Thema auseinandersetzen, nämlich wie man sich eigentlich eine sinnvolle Datenbank aufbaut über die Importbefehle. Im Grunde gibt es drei verschiedene Buttons, die sich mit der Neuerstellung von Einträgen in der Datenbank beschäftigen. Den Ladenbutton haben wir schon gesehen, als ich hier dieses Beispiel gezeigt habe. Das heißt, der Ladenbutton, der kann eine einzelne Datei in die Datenbank laden und dann hier direkt als Ebene einfügen. Entweder in einen bestehenden Ordner oder es wird ein neuer Ordner produziert. Der Speichernbutton, zu dem mache ich ein eigenes kleines Video. Der kann selbst erstellte Overlays in Photoshop abspeichern. Der Importbutton, den haben wir schon gesehen am Anfang, als wir die ersten 13 Overlays importiert haben. Der hat aber zwei verschiedene Funktionen, die ich jetzt mal zeigen will. Wir fangen jetzt mal an, die Datenbank zurückzusetzen, weil ich möchte mit einer leeren Datenbank anfangen. Ihr habt gesehen, es gibt hier in dem Menü verschiedene Datenbankbefehle. Einer davon ist einfach zurücksetzen und dann ist die Datenbank leer. Jetzt gehe ich auf Import und schaue mal, dass ich jetzt einen Ordner finde, aus dem ich auch was importieren kann. der normale Import, der bezieht sich auf einzelne Dateien. Also, Befehlstaste oder Shift-Taste. So. Das Blöde nur hierbei ist jetzt, dass ich ja gar nicht weiß, was ich da importiere. Das ist jetzt einfach nur so wild. Das mache ich jetzt nur wegen dem Tutorial. Das heißt, eigentlich sollte man normalerweise wissen, wo was liegt, was man importieren will. Ich mache das jetzt einfach mal und ihr seht, bei meinem zehn Jahre alten Rechner ist ungefähr zwei Bilder die Sekunde können importiert werden. Ungefähr so schnell ist das. Das kann, je nachdem, wie schnell eure Festplatte und euer Rechner ist, ganz unterschiedlich sein. Und jetzt haben wir neun Dateien hier drin als Overlays. die zweite Funktion, die am Anfang vielleicht erst mal wichtiger ist, ist die, dass ich die Alt-Taste halte, während ich auf Import klicke. Und jetzt kann ich keine einzelnen Dateien mehr installieren oder importieren. Die sind ausgegraut und ich kann nur noch ganze Ordner importieren. Und zwar rekursiv in der normalen Voreinstellung. Man kann das auch umstellen. Und zwar, wenn ich jetzt hier anfange, diesen Ordner zu importieren, dann werden alle Unterordner mit importiert. wenn ich diese Voreinstellung nicht treffe, vielleicht sollte ich sie doch lieber mal zeigen, dann würde gar nichts importiert, weil kein Bild offen in dem Ordner drin liegt. Hier unten ist das Verzeichnisse rekursiv importieren. Wenn ich das ausmache, dann kann ich zwar ganze Verzeichnisse importieren, aber nur dann, wenn dort offen Bilder drin liegen. Wenn die jetzt in anderen Ordnern drin sind, dann würden die nicht mit importiert. Also machen wir nochmal. Alt-Klick auf Import. Heißt, alle Dateien sind grau. Ich kann nur einzelne Ordner importieren. Wir gehen mal wieder auf den Oberordner. So, der Oberordner ist hier oben drin. Vielleicht sollte ich noch eine Ebene runtergehen, dann sieht man es besser. Also ich markiere den jetzt hier und fange an, den zu importieren. Das könnt ihr natürlich machen, wenn ihr mit dem gleichen Chaos umgehen wollt, das ihr sowieso schon habt, wenn ihr in Lightroom oder in der Bridge das macht. Also ich klicke jetzt mal auf Ja und das dauert jetzt einfach mal zwei, drei Stündchen, bis es durchgelaufen ist. Schauen wir uns das doch mal währenddessen in Lightroom an. Wenn ich jetzt mal hier diese Textsuche wegmache und mir mal nur diesen Ordner anzeigen lasse mit den 4369 Dateien und ich fange jetzt an, hier was zu suchen. Das ist eben das, wo ich die Krise kriege, weil ich mich dann irgendwann nach 1, 2, 3, 4 Minuten ist mein Sehnerv so gestört, dass ich nicht mehr weiß, was ich hier auswählen soll. Das ist eben das Problem. Und das Gleiche möchte ich in der Overlay Machine nicht haben. Ich möchte in der Overlay Machine eigentlich nur Overlays haben, mit denen ich auch wirklich arbeiten kann und nicht irgendwie 50 verschiedene Versionen von einem Lichteinfall von oben rechts nach unten links oder sowas. Okay? Also muss ich nach einem Workflow suchen, wie ich das vereinfachen kann. Und diesen Workflow habe ich gefunden, den will ich euch jetzt zeigen. Wir brechen jetzt erstmal den Import in Photoshop ab. Na, wie viel haben wir geschafft? 64 haben wir geschafft. So. Wenn ihr das macht, wenn ihr das abbrecht, kann es sein, dass eine dieser Dateien noch geöffnet ist. Die schließt ihr. Ihr dürft die aber nicht absichern. Nicht speichern. Und ein Thumbnail ist nicht geladen worden, weil ich es eben abgebrochen habe. Und da gibt es hier so einen Refresh-Button, mit dem kann ich diese Dateien neu einlesen und dann gibt es hier auch ein Thumbnail. Das sind jetzt aber alles Overlays, die ich überhaupt nicht haben will. Ich habe das jetzt nur gemacht wegen einem Tutorial. Das heißt, dass ich jetzt schon wieder die Datenbank zurücksetze, damit es leer ist. Und jetzt will ich euch einen ziemlich coolen Trick zeigen, wie man ganz selektiv sich nur die Bilder lädt und findet vor allen Dingen auch. Das ist eben das große Problem, in diesem großen Wust an Dateien etwas zu finden. So. Ich mache es in Lightroom. Ich habe mir folgendes erstellt. Und zwar gibt es hier etwas, das nennt sich Stichwortsatz. Und da habe ich mir gesagt, bearbeitet doch mal einen Satz, mache da so ein paar exemplarische Stichwörter rein für die Overlay-Machine und dann speichere das ab als neues Preset. So. Das heißt, dass ich jetzt nicht die ganze Zeit hier irgendwelche Keywords rein tippen muss oder sowas. Das Ganze geht eben darüber, dass ich in der Volltext-Suche eines Datei-Dialogs, das geht sowohl auf Windows als auch auf Mac, kann ich nach Stichwörtern suchen und so meinen Import eingrenzen. Also machen wir das mal. Wir nehmen jetzt mal hier Bilder, die ich interessant finde. Das heißt, am besten geht man hier mal in die einzelnen Ordner und ich suche jetzt mal von oben nach unten durch, wo ich sage, das fände ich vielleicht interessant. Damit würde ich gerne mal arbeiten. Das würde ich gerne mal ausprobieren. Man kann sie ja immer noch löschen hinterher. Das ist ja kein Problem. Das hier ist nur Matsche, damit kann ich nichts anfangen. Vielleicht sowas hier und man tastet sich da so langsam vor. Sowas brauche ich auch nicht. Das hängt halt ein bisschen von eurer Erfahrung ab. Also in diesem Ordner ist nicht so viel drin, mit dem ich was anfangen kann. Das wären jetzt quasi zum Beispiel solche hier. Das finde ich eigentlich auch noch ganz gut. So, und diese Dateien, die ich jetzt markiert habe, die bekommen von mir ein Keyword, nämlich OVL-Import. Da klicke ich jetzt einfach drauf. Das habe ich jetzt einfach so festgelegt. Das kann heißen, wie es will. Das ist völlig egal. Es kann auch XYZ 537 sein oder 42. Wie auch immer. Irgendetwas, was in eurem Lightroom-Katalog noch nicht vorkommt. Gut. So, das machen wir jetzt einfach für verschiedene Ordnern. Also Laser brauche ich so ganz sicher nicht. Brauche ich nicht. Aber sowas hier, damit kann ich schon was anfangen. Aber eben nicht immer die gleiche an derselben Stelle, sondern am besten nimmt man welche, die zentral sind, weil man kann sie ja einfach skalieren oder hin und her schieben. Man braucht eigentlich Sonnen braucht man eigentlich nur, wenn sie in der Mitte sind. Man braucht die nicht oben rechts oder sowas. Außer man will jetzt das Übrige hier als Colorgrading verwenden. Das hängt halt von eurer Arbeitsweise ab. So, jetzt habe ich mir hier auch ein paar markiert. Die kriegen jetzt auch das Keyword OVL-Import und das war schon. Mehr brauche ich gar nicht. Ich gehe jetzt hier auf den Oberordner und überprüfe das Ganze mal und gehe mal hier auf die Textsuche und hier steht schon OVL-Import drin und ihr seht, dass ich auch noch ein paar mehr Bilder schon markiert habe und das sind jetzt alle Bilder in diesen Ordnern, die dieses Keyword OVL-Import haben. Jetzt könnt ihr euch auf diese Art und Weise erstmal eine kleine Datenbank erstellen, wo ihr auch die Bilder einfach noch durch hin und her scrollen finden könnt. Wenn die Datenbank größer wird, dann wird es kompliziert oder sagen wir mal so, dann muss man noch mehr Keywords eingeben. Also kompliziert ist es eigentlich nicht, aber dann muss man ein bisschen mehr ein paar Maßnahmen treffen. So, ich gehe jetzt hier auf Import, brauche natürlich wieder diesen Oberordner. Ich gehe mal immer einen runter und markiere den hier, dann seht ihr das besser. Das ist jetzt der Ordner, in dem ich gearbeitet habe. Die Dateien, die ich jetzt mit Keywords versehen habe, die sind jetzt hier irgendwo drin und die will ich gar nicht suchen, sondern ich werde hier einfach oben OVL Import suchen und das Ganze dann auf diesen Ordner einschränken, weil wer weiß, was ich noch sonst auf der Festplatte liegen habe. Gut, und das sind jetzt alle die, die ich importieren möchte. Da kann ich mit Buffet und A kann ich die einfach alle markieren und sage Öffnen und dann werden alle die, die dieses Keyword haben, einfach importiert. So, was passiert jetzt? Es wird die Datei geöffnet, alle Metadaten, die relevant sind, ausgelesen, ein Thumbnail erstellt und wieder geschlossen und dann in die Datenbank verschoben. Das ist jetzt unsere Datenbank, die ist klein, da kann ich einfach mit einer Scrollbewegung kann ich alles überblicken. Jetzt können wir mal kurz gucken, wonach wir hier eigentlich suchen können, weil es gibt ja eine Hilfe und zwar ist das diese Volltextsuche. Wenn ich jetzt hier OVL eingebe, dann kriege ich einfach alle Bilder angezeigt, weil die haben natürlich alle das Keyword OVL-Import, das bringt also gar nichts. Wir können uns mal anschauen, hier oben daneben gibt es so drei Punkte und wenn man auf die klickt, dann sieht man alle Keywords, die in den Dateien drin sind. Also hier oben sieht man die Verzeichnisse und hier unten sieht man die Stichwörter. Das hier ist schon mal eine gute Vereinfachung, wenn man eine große Datenbank hat, aber keine Stichwörter, dann kann man sich nämlich einfach ein Verzeichnis anzeigen lassen und das sind jetzt alle Bilder aus diesem Verzeichnis. Das ist schon mal eine gute Einschränkung, um Bilder zu finden. Ihr werdet dieses Thema erst dann wirklich verstehen, wenn ihr mit eigenen Datenbanken arbeitet, die groß sind, weil das ist der Horror, wenn ihr tolle Bilder habt, aber ihr findet die nicht. Also muss man sich irgendwie darum kümmern, dass man die findet. Das ist jetzt der eine Weg. Man geht also über die Ordner und der andere Weg ist, dass man über die Stichwörter geht. So, und jetzt will ich euch mal zeigen, wie man jetzt bei den Bildern, die ich schon hier in der Datenbank drin habe, nachträglich ein Stichwort eintragen kann. Weil die sind ja jetzt so, wie sie sind. Ich kann die jetzt, ich kann jetzt hier in der Overlay-Machine selber keine Stichwörter eingeben. Also wir wollten jetzt hier kein zweites Lightroom programmieren, das wäre jetzt eine leichte Überforderung, sondern wir wollten das Ganze ja auch einfach halten. Es ist aber auch eben möglich, diese Dateien mit neuen Stichwörtern zu versehen und zwar in einem Programm, was dafür gemacht ist, nämlich zum Beispiel in Lightroom. Ich habe jetzt hier mit dem Stichwort OVL-Import alle Bilder gefunden, die jetzt in meiner Datenbank drin sind und kann jetzt zum Beispiel hier sagen, guck mal, das hat doch einen schwarzen Hintergrund und guck mal, das hier sind doch Sonnen. So, dann klicke ich hier auf meine vorgefertigten Stichwörter und jetzt seht ihr, dass hier Sonnen drin steht. Wenn ich jetzt, ich vergleiche das mal, ich werde jetzt hier mal nach Sonne suchen und da haben wir jetzt sieben Treffer. Das seht ihr hier unten auch immer in meinem Tooltip. Wir haben 44 Overlays insgesamt und sieben davon sind jetzt hier im Suchergebnis vorhanden. Und es gibt natürlich eine Voraussetzung, weil viele Leute arbeiten nicht so, was ich wirklich nicht verstehen kann. Man muss natürlich hier in den Katalogeinstellungen eingestellt haben, Änderungen automatisch in der XMP speichern, weil nur dann werden solche Änderungen wie diese Stichwörter, die ich hier eingegeben habe, auch sofort in die Originale geschrieben. Wenn die Stichwörter nur im Lightroom-Katalog sind, dann kann ich die nicht finden in Photoshop. Logisch, oder? Weil das ist intern. Lightroom-Katalog ist intern nur für Lightroom. Ich muss die Keywords reinschreiben. Wenn ihr so nicht arbeiten wollt, dann müsst ihr halt einfach diese Dateien, die ihr geändert habt, abspeichern und dann sind die Keywords, also die Stichwörter auch in den Originalen drin, weil das ist unbedingt erforderlich. So, jetzt werden wir mal Folgendes machen. Also, warte mal, wollen wir noch ein paar mehr? Habe ich da auch so? Ne, da ist noch nicht Sun drin, mache ich jetzt auch noch mal Sun rein. Wir merken uns mal, sieben Stück haben wir eben gesucht, gefunden, hier, sieben Stück. Und jetzt machen wir Folgendes, anstatt jetzt die Bilder neu zu importieren, was ja Blödsinn wäre, weil ihr seht ja schon in der Datenbank drin, werden wir einfach die Datenbank neu einlesen. So, jetzt wird überprüft, ob es fehlende Bilder gibt in eurer Datenbank. Das ist im Grunde wie so ein, wie bei Lightroom, wenn man die Datenbank optimiert, wenn man den Katalog optimiert. Das ist quasi derselbe Vorgang. Und jetzt können wir mal nach Sonne suchen. Und jetzt haben wir nicht mehr sieben Ergebnisse, sondern wir haben jetzt zwölf Ergebnisse. Das heißt, ihr könnt nachträglich in der Bridge oder in Lightroom Stichwörter eingeben und die in die Originaldatei rein speichern. Das ist eben wichtig. Und dann einfach hier die Datenbank neu einlesen. Und so könnt ihr euch dann peu a peu, das muss man ja nicht alles auf einmal machen, sondern man merkt halt, okay, die Datenbank ist jetzt so groß, dass ich meine Bilder nicht mehr finde durch normales Scrollen, sondern ich brauche jetzt Stichwörter. Und dann geht die ganze Sache leichter von der Hand. Jetzt schauen wir uns mal eine sehr interessante Funktion an. Das ist nämlich dieser Speichern-Button. Es ist nicht nur möglich von der Festplatte aus schon vorgefertigte Overlays hier reinzuladen. Wir können auch unsere eigenen Overlays machen. Das ist zum Beispiel durchaus möglich, jetzt hier ein paar Stück von zu nehmen, die irgendwie zusammen zu konstruieren und dann diese Ebenen als neues Overlay abzuspeichern. Machen wir das einfach mal mit einem ganz einfachen Beispiel. Fangen wir mal an mit einer neuen, deren Ebene Befehl Shift und N. Die füllen wir mit Schwarz. Schwarz ist im Hintergrund, also Befehlstaste und Delete-Taste, um das zu füllen. Suchen wir mal im Filtermenü die Filtergalerie, weil das ist die einzige Methode, an diesen Filter ranzukommen im Moment. Ich finde den hier im normalen Menü oder in den Ordnern nicht mehr und zwar ist das Kunststofffolie. Der ist also hier in diesem Pop-Up drin. Den stellen wir auf Glanz 20, Detail 15, Glättung 1 und jetzt schauen wir mal hier, wie das aussieht. Da bekommen wir nämlich witzigerweise einen Stern oder eine Sonne, die ziemlich praktisch ist. Die hat nämlich die Eigenschaft, dass die Ränder tatsächlich schwarz sind. Das heißt, wenn ich die Sonne innerhalb von dem Bild verschiebe, muss ich nicht immer die Ränder ausblenden, was total nervig ist. Also wenn ihr die jetzt nach rechts oben verschiebt, müsst ihr ja mindestens zwei helle Ränder normalerweise ausblenden mit einer Maske. Das kann man sich hier sparen. Außerdem, sie hat zwar Strahlen, aber die Strahlen sind nicht so stark, so dass es nicht offensichtlich ist, dass ich eine Sonne eingesetzt habe. Das ist ja bei vielen Sonnen, die man so einsetzt, da ist das einfach zu krass und dann sieht man das. Und das ist zum Beispiel ein gutes Overlay und deswegen ist das auch bei den 13 Stück dabei, die ich euch mitgeliefert habe. Wir können es ja trotzdem nochmal abspeichern. Ich speichere hier das ab, bekomme einen Dialog, kann jetzt sagen, Sonne, Schwarz, was jetzt auch Blödsinn ist, aber auch egal, mir fällt gerade nichts Besseres ein. Da könnt ihr ja Stichwörter eingeben, was natürlich praktisch ist, wenn man seine Datenbank mit Stichwörtern füllt und klicken wir mal auf OK. Es kommt ein Speichern-Dialog, weil das ist jetzt ein Voreinstellungs-Dialog. Ich muss jetzt einmal der Overlay-Maschine sagen, wo ich denn mein Verzeichnis habe, mein Standard-Verzeichnis für selbstgemachte Overlays und dann nehme ich doch einfach das, was eigene Overlays heißt. Das muss ich jetzt nur ein einziges Mal machen. Beim zweiten Abspeichern gehe nochmal auf Speichern. Wenn ich jetzt nochmal auf OK klicke, dann komme ich automatisch in diesen Ordner und wenn ich das nicht möchte, kann ich einen alternativen Speicherort sagen, beziehungsweise, falls ich das generell ändern will, gehe ich in die Einstellungen und suche mir hier ein neues Standard-Verzeichnis. So, das ist doch recht komfortabel, oder? Dann probieren wir das doch mal aus. Löschen wir mal diese Sonne und setzen die mal mit. Maske 0 und negativ multiplizieren, setzen wir die mal ein. Die Maske ist ein bisschen krass, ich blende die mal aus. So, blenden wir sie mal wieder ein und dann machen wir irgendwie sowas hier und dann hätten wir sie schon eingesetzt. Ganz easy, oder? Gut, natürlich ist es auch vorstellbar, dass wir komplexere Dinge machen. Ich mache das Ganze nochmal, fülle das mit schwarz und wende den Filter drauf an mit B4 und F. So, jetzt habe ich sie nochmal gemacht und es ist ja auch vorstellbar, dass man zum Beispiel noch kompliziertere Dinge macht, die zum Beispiel einfärbt. So, jetzt habe ich aber zwei Ebenen. Alle JPEGs, die jetzt hier in dieser Datenbank drin sind und normalerweise überhaupt irgendwie auf der Festplatte liegen, das sind normalerweise immer JPEGs. Das heißt, sie haben immer nur eine Ebene. Jetzt stelle ich aber mal vor, ihr macht irgendwas Komplizierteres, so mit 5, 6, 7 Ebenen und ihr möchtet diese Ebenen eventuell nachträglich noch verändern, weil das ist ja kein Problem. Dann markiert ihr einfach alle diese Ebenen, die ihr abspeichern wollt und müsst jetzt aber eine neue Voreinstellung treffen, weil die Standard-Voreinstellung ist nämlich die, dass wir im Format JPEG abspeichern. Das heißt, die Ebenen werden dann immer auf eine reduziert. Wenn ihr aber kompliziertere Sachen macht, dann nehmt ihr entweder PSD oder TIFF, wie ihr halt gerade wollt. Das bedeutet, dass ihr dann später an diese Ebenen nochmal rankommt. Das wollen wir uns jetzt mal anschauen. Und jetzt speichern wir das hier auch mal ab als Sonne Rot. Ich nenne das mal 2. Kann gut sein, dass ich schon eine Sonne Rot auf der Festplatte habe. Dann lösche ich mal diese Ebenen wieder. Wir probieren mal aus, ob das Ganze funktioniert. Ja, funktioniert. Schau mal hier. Kann ich sie verschieben. Und jetzt wollen wir mal an das Original rankommen. Normalerweise ist es ja so, dass wenn ich auf einen Smart-Aplik einen Doppelklick mache, ich an das Original komme. Das ist hier aber nicht der Fall, weil die Overlay-Maschine setzt natürlich keine Originale in die Ebenen-Palette ein. Das sind immer eingebettete Smart-Objekte und keine verknüpften Smart-Objekte. Deswegen ist das jetzt hier eine Kopie. Wenn ich jetzt hier irgendeine Änderung mache, ne, nehmen wir mal nicht grün, sondern blau, speichern, dann kommt die Änderung zwar im Dokument an, aber sie kommt nicht in der Datenbank an. Ich kann jetzt hier mal auf Refresh gehen und das Bild ist genauso wie vorher. Wenn ihr ein Bild ändern wollt, das in der Datenbank ist, also ihr wollt an diese Ebenen ran, an das Original ran, dann klickt ihr einfach auf diesen I-Button hier und jetzt seid ihr im Original drin, jetzt ändere ich mal die Farbe auf grün, speichere das Ganze ab und jetzt muss ich natürlich die Datenbank neu synchronisieren beziehungsweise dieses eine Bild neu synchronisieren, weil die Datenbank natürlich nicht mitbekommt. Das ist jetzt im Grunde so wie bei Lightroom, wenn ich jetzt auf der Festplatte ein Bild verändere, aber Lightroom kriegt das natürlich nicht mit, dann muss ich diesen Ordner, wo das Bild drin liegt, noch einmal synchronisieren. Hier ist es so, dass ich entweder die ganze Datenbank synchronisiere, indem ich sie neu einlese oder da ich ja jetzt genau weiß, dass es dieses Bild ist, klicke ich einmal auf den Refresh-Button und dann habe ich schon hier das Bild neu eingelesen. So, das heißt, dass ihr jetzt einfach euch eigene Overlays kreieren könnt aus beliebig vielen Ebenen. Ihr müsst die halt dann einfach in eine Gruppe packen und abspeichern oder ihr markiert alle Ebenen und speichert die ab und dann werden die an einem Standardspeicherplatz abgelegt, abgespeichert und dort könnt ihr sie quasi ganz normal öffnen und zwar über diesen E-Button. Wir können ja noch mal was zweites konstruieren. Ich zeige euch mal, dass man auch Einstellungsebene nehmen kann, aber eben welche, wo auch Pixel drin sind. Wir nehmen mal eine Farbfläche und da wir ja meistens mit negativ multiplizieren arbeiten, ist es immer gut, wenn der Hintergrund schwarz ist. Die dupliziere ich jetzt mal mit B4 und J. die machen wir jetzt aber mal, sagen wir mal, in so einem Türkis. Also wie die Farbe jetzt genau ist, weiß ich noch nicht. Ich nehme jetzt einfach mal irgendeine und dann mache ich jetzt die Maske, schwarz, also ich invertiere die, nehme das Verlaufswerkzeug mit dem sternförmigen Verlauf und zwar einem, der von weiß zu transparent geht. Das heißt, ich male jetzt auf der Maske und überall, wo ich dann jetzt auf der Maske male, mit diesem Verlauf, dort bekomme ich dann die Farbe. Und das ist zum Beispiel einer, den ich sehr häufig verwende. Der ist ziemlich cool, den kann man bei Porträts, bei Studieporträts zum Beispiel, wo der Hintergrund so langweilig ist, haut ihr einfach so von links oben oder so, haut ihr irgendwie so ein Lichtstrahl auf das Modell. Das wird natürlich dann mit einer Luminanzmaske noch ein bisschen ausgeblendet, dort wo das Gesicht ist. Aber diese beiden, die kann man auch locker hier zum Beispiel als Lichtstrahl abspeichern. So, Lichtstrahl, zack, schon ist es in der Datenbank drin, zur späteren Verwendung. Das kann man also super easy machen und wenn ihr dann sagt, nee, das soll gar nicht blau sein, es ist eigentlich viel besser, wenn das schwarz-weiß ist, dann macht ihr einfach die Farbfläche weiß. So, das Ding habt ihr nämlich auch bei den 13 Stück dabei, der ist sehr, sehr praktisch. schließe das wieder, speichere das, mache einen kurzen Refresh und wenn ich das jetzt nochmal einsetze, dann ist das Ding eben weiß und nicht mehr farbig. Dann kann ich aber im Gegenzug auch immer jederzeit, also wenn es weiß ist, kann ich es ja auch einfärben. Deswegen mache ich diese Dinger, wenn ich sie selber mache, mache ich die in der Regel schwarz-weiß, weil ich die ja dann einfärben kann. Das heißt, ich kann die Farbe nehmen, die ich gerade brauche und bin jetzt nicht auf diese Farbe angewiesen, die in dem Bild schon drin ist. Deswegen tendiere ich immer mehr dazu, schwarz-weiße Overlays zu benutzen und dieselbe einzufärben, anstatt jetzt die Farben der Overlays dazu zu benutzen, mein Bild in der Farbe zu verändern. Versteht ihr? Okay. Jetzt muss ich euch noch eine ganz wichtige Sache zeigen. Was ist denn eigentlich, wenn ich mit einer sehr großen Datenbank arbeite? Also Michael hat zum Beispiel in der Datenbank, da sind 5000 Bilder drin. Und die größte, die ich jetzt hier vorrätig habe, da sind so knapp 1000 drin. Aber mein 10 Jahre alter Rechner, der kriegt dann schon Probleme. Ich zeige euch das mal. Und zwar öffne ich jetzt mal ein Backup. Es liegt hier. Ich habe mir also einen Ordner angelegt, wo ich meine ganzen Backups reinmache. Backups haben wir noch gar nicht besprochen. Das machen wir jetzt nach diesem Video hier. Und ich hole mal das hier, wo 900 dran steht und öffne das. Ich habe jetzt einfach gesagt, ich will die Einstellung nicht übernehmen von der Datenbank. Und guck mal, habt ihr gesehen, diese Verzögerung, wie lange das jetzt gedauert hat, bis diese Bilder aufgebaut wurden. Es gibt nämlich eine Voreinstellung. Diese Voreinstellung ist diese hier. Das ist die Standard-Voreinstellung. Und zwar Vorschraub pro Seite. Wenn ich hier auf 0 gehe, bedeutet das, dass es keine Seiten gibt. Wir können nämlich, wenn wir hier eine Zahl eintragen, eine Paginierung einführen. Und diese Paginierung beschleunigt die Overlay-Machine unglaublich. Jetzt ist es aber so, dass ich 900 Bilder hier habe. Und jedes Mal, wenn ich etwas mit den Bildern mache, das heißt, ich werde jetzt hier mal ein paar Favoriten definieren. So. Und jetzt lasse ich mir die Favoriten mal anzeigen. Das geht ja super schnell, oder? Jetzt passt mal auf, wie lange das dauert, wenn ich das wieder ausmache. Ich habe jetzt schon längst drauf geklickt. Das heißt, das dauert dann mal 2-3 Sekunden, bis diese Thumbnails wiederkommen. Weil, wenn ich mit einem Scrollbalken arbeite und allen Bildern, die in der Datenbank drin sind, dann werden die im Hintergrund alle aufgebaut. Ihr müsst euch das vorstellen wie eine Internetseite. Nichts anderes ist so ein Panel. Das ist einfach eine Internetseite, nur eben in Photoshop. und wenn ihr dort 5.000 Bilder drauf habt, dann werden die nicht einfach geladen, wenn ich sie hochscrolle, sondern sie werden alle auf, es wird versucht, sie alle zu laden, aber mein Rechner, der schafft das nicht. Das heißt, obwohl, jetzt ist natürlich der Vorführeffekt, irgendwann sollten jetzt, das ist echt der, nee, hier haben wir es. Okay, guck mal. Und mein Rechner, der schafft das nicht mehr. Ich weiß nicht genau, woran das liegt, ob das am Arbeitsspeicher liegt oder sonst irgendwas, der schafft das nicht mehr, alle Thumbnails neu aufzubauen. Natürlich könnte ich die jetzt alle neu einlesen hier, aber daran liegt es nicht. Es liegt einfach daran, dass mein Rechner zu alt ist und das nicht packt. Ich habe bei Michael mal gefragt, er hat ja 5.000 und sein Rechner ist jetzt auch nicht so der schnellste, aber bei ihm passiert das nicht. Vielleicht ist das auch so ein Windows-Mac-Ding, dass es auf dem Mac nicht funktioniert. Das können wir jetzt leider nicht feststellen. und wenn ihr so eine große Datenbank habt und jedes Mal, wenn ihr zum Beispiel mit der Suchfunktion arbeitet, also wir suchen mal einfach hier einen Ordner, den lasse ich mir anzeigen. Da sollten jetzt alle Thumbnails vorhanden sein, weil das sind ja nicht so viele. Jetzt klicke ich das weg und in dem Moment, wo ich das wegklicke, werden wieder alle 1.000 Bilder reingeladen und die Thumbnails aufgebaut und das kann natürlich dann einfach dauern. So, ich nehme mal an, dass es bei den meisten Leuten okay ist, so zu arbeiten. Allerdings ist das auch komisch, wenn man jetzt so viele Bilder hat und da so runterscrollt. Es gibt einfach auch eine andere Methode und das ist eben die, Entschuldigung, hier eine Zahl einzutragen. Fangen wir mal mit einer 1 an. Und ihr seht, jetzt haben wir nur ein Thumbnail drin. Das heißt, wenn ich mir jetzt eine Zahl hier einstelle, dann mache ich das eben so, dass ich meine Palette dorthin ziehe, wo sie normalerweise ist. Also ich habe mich ja entschieden, die in so eine Leiste hier zu packen und bis unten hin mir Platz zu geben. Das bedeutet, ich gehe jetzt mal mit der Pfeiltaste und der Shift-Taste nach oben. Das heißt, dass ich jetzt immer 10 dazu tue. Jetzt sind wir bei 21, jetzt sind wir bei 31, jetzt gehe ich mal mit der Pfeiltaste runter, 30, 29 und wir sehen, es passen genau 30 von den kleinen Thumbnails in meine Palette hinein. Deswegen habe ich das bei großen Datenbanken, stelle ich mir diesen Paginierungswert auf 30 ein und pass mal auf, was jetzt passiert und jetzt habe ich kein Problem mehr, diese Bilder einfach sehr schnell darzustellen. Das Ganze wird jetzt nur dadurch begrenzt, dass ich jetzt bei UXP-Plugins kann ich keine Spam-Klicks auf solche Buttons machen, weil die brauchen immer ungefähr so eine Zehntel oder zwei Zehntel Sekunden, bis man den nächsten Klick machen kann. Man kann also jetzt nicht einfach hier ganz schnell doppelklicken. So, damit man jetzt ein bisschen schneller durch diese Seiten durchkommt, haben wir folgendes noch eingebaut, mit der Shift-Taste oder mit der Alt-Taste? Mit der Shift-Taste, ich habe da unten im Tooltip mal kurz nachgelesen, ich wusste es gerade nicht, könnt ihr zehn Seiten nach vorne gehen, beziehungsweise ihr könnt jetzt hier auf dem Button auf die letzte Seite, auf die erste Seite gehen. Was das jetzt für einen Sinn macht, zehn nach vorne zu gehen, eventuell wisst ihr ja dann irgendwann, wenn ihr länger mit so einer Datenbank arbeitet, dass auf Seite zwölf solche Bilder hier sind. So, in dem Moment, wo man große Datenbanken hat, da sollte man dann eigentlich auch ein paar Stichwörter in diesen Daten drin haben, wie man die nachtäglich verändert, das habe ich euch ja schon gezeigt, indem man die Datenbank neu einliest und aber was oder oder was sehr praktisch ist, ist, dass ich mir halt hier einzelne Ordner anzeigen lassen kann, das heißt, wenn ich mich mit den Ordnern, wo die gespeichert sind, auskenne, zum Beispiel Bokeh Medium, zack, dann habe ich nur noch drei Seiten. zum Beispiel. Es geht jetzt also bei großen Datenbanken hauptsächlich darum, a, die zu beschleunigen durch die Paginierung, das macht ihr durch die Voreinstellung und b, geht es darum, Bilder auch noch auffindbar zu machen, das heißt, umso mehr Bilder ihr in der Datenbank habt, umso schwieriger werdet ihr die finden. Das heißt, meine Methode ist ja die, dass ich eben nicht mit großen Datenbanken arbeite, sondern lieber mit mehreren kleinen und zu diesem Thema kommen wir jetzt im nächsten Video. Jetzt kommen wir zu einer wunderbar praktischen Funktion, nämlich den Backups. Ursprünglich sollten Backups einfach nur das sein, was der Name sagt, nämlich Backups. Dann habe ich aber gemerkt, man kann sehr schnell diese Backups laden. Das dauert immer nur so eine halbe Sekunde, auch wenn es große Backups sind. Und wie wäre das denn, wenn ich einfach nicht mit einer riesigen Datenbank arbeite, sondern mit vielen kleinen Datenbanken? Das heißt, ich habe eine Datenbank für Lichttexturen, eine für Regen, Blitze, Nebel, eine habe ich für ein bestimmtes Projekt, das ich gerade für einen Kunden mache und so weiter und so fort. Das heißt, ich kann einfach mit verschiedensten Datenbanken hintereinander arbeiten und nicht mit einer großen. Ich zeige mir, wie das geht. Ich werde jetzt einfach mal einen Backup laden. Wir haben jetzt quasi nur zwei Befehle, nämlich entweder einen Backup zu erstellen, das machen wir gleich, oder wir stellen eins wieder her. Diese ganzen Dialoge könnt ihr natürlich immer hier wegklicken, so dass ihr die nur einmal seht. Ich lasse die natürlich immer aus didaktischen Gründen, lasse ich die halt offen. Nehmen wir einfach mal hier die Datenbank, mit der ich meistens arbeite. Jetzt werde ich gefragt, wenn ich einen Backup lade, ob ich die Einstellung, wie ich sie jetzt habe, behalten will. Dann klicke ich auf Nein oder ob ich die Einstellung, wie ich sie mit der Datenbank abgespeichert haben möchte. Dann sage ich Ja. Ich klicke meistens auf Nein und jetzt sagt er mir, okay, es wurde erfolgreich gemacht und die Datenbank wurde neu ein. Ihr habt ja gesehen, das hat irgendwie keine Sekunde gedauert, dann war die da. Gut, jetzt wollen wir mal etwas machen, nämlich zum Beispiel gucken, wie viele Favoriten sind hier drin. Das sind jetzt sechs, sieben, acht Favoriten. Wenn man es genau wissen will, guckt man unten in den Tooltip. Ich mache jetzt mal einfach ein paar dazu. Okay, wir machen mal ein paar Favoriten dazu und lasse mir die nochmal anzeigen. So, jetzt haben wir zwölf Favoriten. Ich lade jetzt diese Datenbank nochmal. Ist eigentlich klar, was jetzt passiert, oder? Lass mir die Favoriten anzeigen und es sind wieder nur acht Stück. Das hat einfach damit zu tun, dass ein Backup natürlich ein Schnappschuss ist von dem derzeitigen Zustand der Datenbank. Wenn ich irgendwelche Änderungen daran mache, dann kommen die nicht ins Backup mit hinein, sondern die Datenbank, mit der ich jetzt gerade arbeite, die liegt im Systemordner an einem speziellen Ort, den Photoshop dafür vorsieht. Nämlich für diese UXP-Plugins gibt es einen Ort, wo die ihre Voreinstellungen reinschreiben. Ein Backup hat damit nichts zu tun. Das ist davon vollkommen getrennt. Das ist ja auch der Sinn von einem Backup, dass das eben eine Sicherungskopie ist. Wenn ich denn jetzt Änderungen mache einmal in der Datenbank, das kann sein, also erstens Favoriten, zweitens, dass ich zum Beispiel Originale verändere. Ich kann das ja mal machen. Ich werde das jetzt mal hier spiegeln. Und habe ich das schon gemacht? Ja. Und neu abspeichern. Zack. Und wieder schließen. Und ihr seht ja, dass das jetzt Photoshop, äh Photoshop, dass das die Overlamp-Machine nicht mitbekommen hat. Das heißt, wenn ihr jetzt Originaldateien auf der Festplatte ändert, dann würde das Lightroom auch nicht mitbekommen, sondern man müsste es halt neu synchronisieren. Dafür haben wir ja diesen Refresh-Button. Ich mache das jetzt mal nicht, weil ich euch jetzt mal an dieser Datei hier, ich mache da auch mal ein Favorit draus, mal zeigen will, dass wir jetzt erstmal, bevor wir ein Backup aufnehmen, das heißt, eine veränderte Datenbank neu abspeichern, dass wir erstmal Folgendes machen. Und zwar werden wir die Datenbank neu einlesen. Wenn ich die neu einlese, dann wird die Datenbank darauf überprüft, ob alle Daten auch vorhanden sind. Das heißt, es wird überprüft, ob die Originale auch alle dort liegen, wo sie liegen sollen. Und wenn nicht, dann schaut ihr den nächsten Film, dann geht es nämlich darum, wie man fehlende Dateien wiederherstellt. Gut, wir lesen die neu ein, fehlende werden gesucht und alle Dateien, das habt ihr eben auch gesehen, alle Dateien, die verändert wurden, wo ich zum Beispiel in die Originale Stichwörter reingeschrieben habe oder die ich gespiegelt habe, so wie eben, dann werden die neu eingelesen und die Thumbnails werden auch neu erstellt. Guck mal, jetzt hat sich das Thumbnail umgedreht, oder? Das wollte ich euch eben zeigen. Eben war es von rechts nach links unten und jetzt ist es von links oben nach rechts unten. Das heißt, dass die Overlay-Machine festgestellt hat, diese Datei wurde geändert. Also öffne ich die kurz, lese die Metadaten neu ein und stelle das dann neu dar. Gut, dann können wir doch jetzt einfach dieses Backup hier abspeichern und sagen Backup erstellen. Jetzt werde ich aufgefordert, ein Verzeichnis zu suchen und im zweiten Schritt, also Verzeichnis suchen und Namen eingeben und im zweiten Schritt bekomme ich einen automatischen Namen, also OVL-Backup mit einem Datum und einer Uhrzeit. Das heißt, damit man auf keinen Fall irgendwelche doppelten Namen kriegt, Armin, Armin, Arbeit. Ich kann das genauso nennen wie vorher, weil der erste Teil, der ist ja auf jeden Fall anders als bei meinem alten Backup. Jetzt sage ich, okay, kriege einen Datei-Dialog, bin jetzt schon im richtigen Ordner drin und speichere das einfach. So, können wir ja mal schauen. Das ist der neue Ordner. Der hat eine Größe von 2,9 MB. Das ist also echt gar nichts. Davon kann ich jetzt 100 hier liegen haben, ohne dass ich das irgendwie merke. Gut, das sind also zwei verschiedene Schnappschüsse meiner Datenbank. Das heißt, ihr seht ja, dass das alles relativ schnell geht und man Änderungen auch abspeichern kann. Wann sollte man das machen? Es ist eigentlich so wie immer. Wenn ihr in Photoshop arbeitet und habt das Gefühl, wow, das war jetzt aber Arbeit, dann klicke ich einfach auf Befehl und S und speichere das ab. Und hier ist es genauso. Wenn ich jetzt hier mir die Mühe gemacht habe, zum Beispiel in den Originalen neue Stichwörter einzugeben, lese die Datenbank neu ein und so weiter und so fort. All diese Dinge sind ja in dem alten Schnappschuss nicht mit drin. Also mache ich ein neues Backup und bin dann auf dem neuesten Stand. Irgendwann ist es ja auch gut. Irgendwann ist ja die Arbeit auch geleistet. Irgendwann habe ich genug Stichwörter. Irgendwann weiß ich, dass die Bilder, die hier drin sind, auch was nutzen und ich mit denen arbeiten kann. Ich kann sie auch einfach löschen, wenn ich sie nicht mehr haben will. Solche Dinge halt. Das sind alles Änderungen an der Datenbank. Und immer dann, wenn ich sage, ich will jetzt mit einem neuen Backup arbeiten, sollte ich überlegen, ob ich nicht die alte Datenbank nochmal neu abspeichere. Man kann ja dann einfach die alten Backups löschen. Das ist auf jeden Fall ein wunderbares Tool, mit dem ich sehr viel arbeite. Probiert das einfach mal aus. Jetzt kommen wir zu einem ganz wichtigen Thema. Was ist denn eigentlich, wenn sich Originale auf der Festplatte verändern? Einen Fall haben wir ja schon besprochen oder auch eigentlich zwei verschiedene Fälle. Ich verändere das Original, indem ich das zum Beispiel spiegle, lese das neu ein, dann ist das in der Datenbank also neu eingelesen. Das Thumbnail stimmt. Ich gebe Keywords ein und diese Stichwörter werden danach wirklich eingelesen. Dann sind sie auch in der Datenbank vorhanden. Aber was ist denn, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Ordner umbenenne oder Dateien verschiebe oder im schlechtesten Fall Dateien lösche? Dann habe ich ja quasi Leichen in der Datenbank. Ich zeige mal, so eine Leiche. Das ist nämlich das, wenn ich hier drauf klicke, dann bekomme ich eine Fehlermeldung, dass nämlich diese Datei nicht gefunden werden konnte. Und ob ich die jetzt suchen möchte. Das wäre schon mal der erste Weg, wie ihr in einen Dialog hineinkommt, den ihr bis jetzt noch gar nicht gesehen habt, weil den kann man nur dann sehen, wenn wir tatsächlich Fehler in der Datenbank haben. Es gibt, ich glaube, drei verschiedene Wege, an diesen Dialog ranzukommen. Der normale Weg wäre der, einfach fehlende Dateien zu suchen. Und dann wird die Datenbank auf fehlende Dateien untersucht und ich kann hier die runterscrollen und mir die ansehen beziehungsweise kann ich einfach sagen, Datenbank neu einlesen. Das mache ich ja zum Beispiel dann, wenn ich an den Originalen was verändert habe. Ich will die Änderungen in die Datenbank einlesen. Dann sage ich, ja, die Datenbank wurde neu eingelesen, aber es wurden leider fehlende Dateien gefunden. Willst du die suchen? Und dann klicke ich auf Ja und komme in diesen Dialog. Jetzt habe ich unterschiedliche Möglichkeiten. Das hängt eben davon ab, was mit den Dateien passiert ist. In der Regel weiß man das ja. Wenn ich also einen Ordner verschoben habe, umbenannt habe oder sonst irgendwelche Dinge damit gemacht habe, dann weiß ich das ja. Das heißt, ich muss die nicht löschen, sondern kann die ja wiederherstellen. Wenn ich jetzt aber zum Beispiel einen Ordner gelöscht habe und ich habe diese Bilder nicht mehr, dann müssen die aus meiner Datenbank auch raus. Also entweder löscht man die dann einzeln, Eintrag löschen, da kriege ich übrigens keine Meldung. Das heißt, wenn ich einzelne Einträge lösche, dann kann ich das sofort machen. Wenn ich aber sage, ich möchte alle fehlenden löschen, dann bekomme ich einen Dialog. Ich sage jetzt mal Nein, sonst kann ich ja nichts mehr wiederherstellen. Das bezieht sich natürlich immer nur auf die Datenbank-Einträge. Das hat mit den Originalen nichts zu tun, die ich ja sowieso gerade nicht finden kann. Also zwei Fälle. Entweder gibt es die Originale nicht mehr, dann sollte ich diese Leichen aus der Datenbank löschen. beziehungsweise es gibt sie noch und dann sollte ich sie wiederherstellen. Ich kann sie einzeln wiederherstellen, indem ich hier auf Datei suchen gehe. Das mache ich jetzt mal nicht, weil das eigentlich völlig blödsinnig ist. Es ist viel besser, einfach zu sagen, ich durchsuche Verzeichnisse und zwar werden die auch rekursiv durchsucht. Ich muss noch nicht mal wissen, wo die eben, wo diese Dateien liegen, sondern ich muss es nur ungefähr wissen. Wir gehen jetzt mal, okay, das ist jetzt quasi der tiefste Pfad, den ich jetzt hier habe auf dieser Festplatte. Das wäre jetzt ein bisschen übertrieben. Ich weiß auf jeden Fall, dass alle meine Texturen irgendwo in diesem Pfad hier sind, mit denen ich gerade arbeite. Also ich weiß nicht genau, wo sie sind. Vielleicht sind sie unter Projekte, vielleicht hier, ich weiß es nicht. Deswegen nehme ich jetzt einfach mal einen Oberordner. Das heißt, einen Ordner, der weit in der Hierarchie, weit über dem Ordner ist, wo die eigentlichen Dateien drin sind und öffne den. Umso mehr Dateien da drin sind, umso länger dauert natürlich jetzt dieser Prozess hier, weil ja jetzt viele tausend Dateien darauf überprüft werden, ob sie hier in der Datenbank drin sind. Und jetzt kann ich hier auf das, wieder auf so ein Thumbnail klicken und bekomme jetzt ganz korrekt wieder die Originaldatei hier eingesetzt. Gut, das wäre jetzt dieser eine Fall. Es gibt noch einen zweiten Fall, der erstmal tragisch aussieht. Das heißt, dass ihr zum Beispiel ein Photoshop Beta Update habt. Das ist meistens bei den Beta Updates. In der offiziellen Version kann es sein bei Major Updates. Also wenn wir, sagen wir mal, von einer Version auch von 24 auf 25 springen. Habt ihr ja vielleicht schon mal beobachtet, es werden immer neue Voreinstellungsordner erstellt. Also es gibt einen Voreinstellungsordner für die Photoshop Version 24 und dann gibt es einen für 25. Bei mir geht das zurück bis auf Photoshop CS4 oder sowas. Keine Ahnung, die habe ich alle noch vorhanden. Und das kann gut sein, dass bei so einem Update einfach mal vergessen wird, die Plug-in-Daten in diesen neuen Ordner rein zu kopieren. Das gilt also nicht nur für die Overlay-Machine, sondern das gilt für sämtliche Plug-ins, die ihr benutzt. Es kann sein, dass diese Dateien, die ein Plug-in auf der Festplatte abspeichert, nicht mit kopiert werden bei einer neuen Version. Um das zu überprüfen, macht man einfach folgendes. Ihr geht hier oben in das Menü und sagt, zeig mir doch bitte mal das Datenbankverzeichnis an. Das ist sehr praktisch, weil das ist nämlich ziemlich verschachtelt im Systemordner. Und das kann man vielleicht einmal finden, weil man das irgendwo gegoogelt hat, wo liegt denn das eigentlich. Aber es ist viel praktischer, wenn man einfach diesen Befehl benutzt. Und jetzt müssen wir das aber zulassen. Natürlich kann ich jetzt auch wiederum sagen, ich will das nur einmal sehen. Wir müssen jetzt Photoshop erlauben, auf die Festplatte zuzugreifen. Das ist nämlich alles nicht so easy mit den ganzen Zugangsrechten. Und jetzt sehen wir, wo eigentlich die Daten von der Overlay-Machine liegen. Die liegen nämlich hier. Guckt euch diesen Link, guckt euch den Link hier unten an. Das ist also ziemlich tief im System versteckt. Hier liegen quasi die Plug-in-Daten von meiner Overlay-Machine. So, jetzt stellt euch mal vor, wir wechseln jetzt von der Version 25 auf die Version 26. Und das ist mir auch schon passiert. Und der Ordner sieht so aus. Da ist nämlich überhaupt nichts drin. Dann macht ihr einfach folgendes. Den Inhalt von dem Ordner 25 kopiert ihr einfach in den Ordner 26. Dann startet ihr entweder Photoshop neu. Bei Plug-ins ist es aber nicht nötig. Sondern die erste Maßnahme, wenn das hier mal leer sein sollte, ist nämlich folgende. Ihr geht einfach auf Plug-in neu laden. Dann wird das ganze Plug-in neu geladen. Das bedeutet, dass auf die Festplatte in diesem Systemordner geschaut wird, was liegt da. Und diese Daten, die dort liegen, die werden halt reingeladen. Also, erstens, wenn das hier mal leer ist nach einem Update, dann macht ihr als erstes Plug-in neu laden. Und wenn dann alles dargestellt wird und es funktioniert, ich klicke einfach mal auf so ein Ding drauf und ihr seht, aha, es funktioniert, dann ist alles in Ordnung. Und wenn es nach dem Plug-in neu laden immer noch leer ist, dann geht ihr eben auf euren Schreibtisch und macht dann das, was ich eben gesagt habe. Guckt, wenn es hier einen neuen Ordner gibt, dann nehmt ihr einfach aus dem Ordner da vor. Guckt mal, hier ist es ja auch überall drin. Ne, hier bei 23 nicht, aber ab 24 habe ich zum Beispiel diese Daten. Und die könnt ihr dann einfach in den 26er Ordner reinkopieren. In der Regel ist es ja auch so, dass man natürlich von seinem Systemordner irgendwo ein Backup hat. Das heißt, wenn mal alles schiefläuft, habt ihr immer noch in eurem Backup diese Daten und könnt die dann in euren neuen, leeren Voreinstellungsordner von den Plug-ins reinziehen. Das heißt, eigentlich kann gar nichts passieren. Man weiß aber nie. Deswegen macht euch einfach nochmal so, wie ich es im letzten Video auch beschrieben habe, von euren wichtigen Datenbanken, wo ihr viel Arbeit reingesteckt habt, macht euch da ab und zu Schnappschüsse von, also macht euch Backups davon. Dann seid ihr wirklich auf der sicheren Seite. Mit der Zeit, das ist ja ganz normal, werden solche Datenbanken immer größer und ein normales Scrollen reicht mir vielleicht oft nicht aus. Ich möchte vielleicht wissen, wie viel Sonnen habe ich denn eigentlich in meiner Datenbank? Dann tippe ich einfach Sun ein und habe genau drei Treffer. Das stimmt aber gar nicht, weil hier gibt es nämlich noch viel mehr Sonnen. Das liegt einfach daran, dass diese Bilder keine Stichwörter haben. Ich habe euch ja schon einen Workflow gezeigt, wie man nachträglich Stichwörter in diese Datenbank reinkriegt. Das heißt, dass ihr in Lightroom, in der Bridge oder im entsprechenden Programm Stichwörter eingebt und dann lest ihr die Datenbank nochmal neu ein. So, und wenn ihr das macht, dann werden dann alle Metadatenänderungen in diese Thumbnails, in unsere Datenbank von der Overlay Machine reingeschrieben und dann könnte man dann alle Sonnen finden, wenn denn alle Sonnen dieses Stichwort haben. Bei mir ist es so, dass meine Overlays nur dort Stichwörter haben, wo ich sie jetzt für das Tutorial eingetragen habe. Das heißt, ich habe eigentlich von Natur aus keine Stichwörter. Wie kann ich mich denn dann hier zurechtfinden? Das heißt, dass die Volltextsuche dann, wenn ich keine Stichwörter habe, auch auf keine Stichwörter zugreifen kann, aber sie kann zum Beispiel auf Dateinamen oder auf Verzeichnisse zugreifen. Das kann man einstellen und zwar hier in den Voreinstellungen kann man sagen, nein, ich möchte nicht, dass Dateinamen und Verzeichnisse mitgesucht werden. Die Dateinamen und Verzeichnisse werden genauso behandelt wie Stichwörter. Das heißt, ein Verzeichnis, das Sonne heißt, wird genauso gefunden wie ein Stichwort in einer Datei, wo Sonne drinsteht. Das ist quasi gleichwertig. Deswegen weiß ich nicht, ob es Fälle gibt, wo man das ausstellen sollte. Ich habe das auf jeden Fall immer an. Da ich ja keine Stichwörter habe, kann ich aber dennoch zum Beispiel mir Verzeichnisse anzeigen lassen. Entweder habe ich im Kopf, wie die heißen, weiß ich aber nicht, sondern wenn ich das nicht weiß, klicke ich einfach auf den Suchassistenten. Den Suchassistenten habt ihr dann hier vorhanden, also der Button mit den drei Punkten, wenn hier nichts drinsteht. Seht ihr, dass ich hier ein X bekomme und dann muss ich erstmal die Suche zurücksetzen und kann jetzt auf diese drei Punkte klicken und mir alles anzeigen lassen, was ich überhaupt in der Overlay Machine suchen kann. Und zwar ist das unterschieden zwischen Verzeichnissen und Stichwörter. Ich könnte jetzt also sagen, ich möchte alle Bilder sehen, die in diesem Ordner drin sind und sage okay. Dann werden mir alle Bilder angezeigt, die in dem Ordner drin sind. Das ist auf jeden Fall schon mal eine ganz wichtige und ziemlich gute Eingrenzung meiner Suchergebnisse. Also anstatt immer mit allen Bildern gleichzeitig zu arbeiten und hier runter zu scrollen, weil das sind ja jetzt nur 100 Stück, aber wenn es jetzt irgendwie 500 Stück sind oder 1000 Stück sind, dann wird das Ganze schon anstrengend. Der Suchassistent hat eben verschiedene Optionen. Ich kann einmal sagen, bitte zeige mir mindestens eins der ausgewählten Stichwörter an. Das bedeutet, dass ich auch mehrere Verzeichnungen und auch mehrere Stichwörter mir anzeigen lassen kann und jetzt werden alle Bilder angezeigt, die mindestens eins dieser Bedingungen erfüllt. Das heißt, das werden jetzt eine ganze Menge sein. So, ich könnte aber auch genauso gut sagen, zeigt mir bitte nur die Bilder an, wo alles zutrifft. Das heißt, wenn ich jetzt ein Verzeichnis habe, ich weiß jetzt nicht, ob das funktioniert und in diesem Verzeichnis gibt es Bilder, die das Stichwort zum Beispiel OVL haben, dann werden mir jetzt nur Bilder angezeigt, die in diesem Verzeichnis sind und dieses Stichwort haben. Wenn ihr das aber mit Verzeichnissen macht, also alle Bilder sollen angezeigt werden, die in beiden Verzeichnissen vorhanden sind, dann kriege ich gar kein Ergebnis, weil sowas gibt es nicht. Es gibt keine doppelten Dateien, deswegen kann es das nicht geben. So, dieser Suchassistent ist eigentlich meine erste Adresse, weil ich die wenigsten Stichwörter im Kopf habe oder vor allen Dingen habe ich auch nicht diese Dateinamen oder diese Ordnernamen im Kopf, deswegen benutze ich meistens den Suchassistent, wenn ich was suchen möchte und dann kann ich hier einfach ein Stichwort oder mehrere aussuchen, je nachdem, was hier oben ausgewählt ist und kann mir die dann anzeigen lassen. So, jetzt habe ich gerade eins ausgewählt, was quasi in allen drin steht. das ist die Volltextsuche. Dann haben wir natürlich die Favoriten, das habe ich ja auch jetzt schon öfter gezeigt, man kann sie also wegmachen oder man kann Favoriten zu neuen Thumbnails zuordnen und die sich anzeigen lassen. Das ist eine sehr praktische Geschichte, weil wenn ihr dann merkt, dass es bestimmte Overlay gibt, mit denen ihr gerne arbeitet, dann verpasst den einfach einen Favoriten und dann habt ihr schnelleren Zugriff darauf. Dann haben wir hier drei verschiedene Sortierungen. Die erste, nicht die erste, sondern das geht immer im Kreis, also die Sortierung, die wir jetzt aktuell hier haben, die heißt L, das bedeutet zuletzt benutzt. Wenn ich jetzt zum Beispiel diese Sonne hier einsetze, zack, guck mal, jetzt ist die nicht mehr hier unten, wo ich gerade mit der Maus war, sondern jetzt ist die oben links in der Ecke, weil das ist die, die ich zuletzt benutzt habe. Das kann sehr praktisch sein, weil wenn ihr jetzt sagen wir mal ein Bild bearbeitet habt und habt dort ein paar Overlays eingesetzt, wollt das Bild aber jetzt nicht nochmal öffnen, um zu gucken, welche das sind, dann könnt ihr auf diese Sortierung gehen und dann seht ihr sofort, welches die letzten sind, die ihr benutzt habt. Das setzt aber voraus, dass dieser File-Button, guckt unten in den Tooltip, von Z nach A sortiert ist. Das heißt, dass normalerweise ist es ja so, dass wenn man normal von A bis Z sortiert, dann wäre das zuletzt benutzte ganz unten. Jetzt haben wir, jetzt wenn du das aber hier umdrehst, dann hast du es ganz oben. Dasselbe gilt auch natürlich für D, das ist für mich der wichtigste Sortieralgorithmus, weil der zeigt mir die zuletzt hinzugefügten. Wenn ich jetzt zum Beispiel auf Laden gehe und hier irgendein beliebiges Overlay mal reinlade, dann wird dieses Overlay, weil das neu in der Datenbank ist, also ich sag nochmal, D ist zuletzt hinzugefügt, es ist neu in der Datenbank, ich habe von Z nach A sortiert, alles was neu in der Datenbank ist, wird dann oben links in die Ecke getan. Immer dann, wenn ich Laden oder Import oder Speichern verwende, das ist immer dann, wenn ich einen neuen Eintrag in die Datenbank packe, dann wird automatisch der Suchalgorithmus auf D, Z bis A gesetzt. Das heißt, die Suche wird komplett zurückgesetzt, so dass ihr dann immer oben die Bilder sehen könnt, die neu hinzugekommen sind. Für mich ist das ganz wichtig, dass ich immer eine positive Bestätigung habe, wenn ich irgendwas mache. Es könnte ja sein, dass ihr eine Sortierung gerade habt, wo ihr das oben dann gar nicht sehen könntet und dann wisst ihr ja nicht, ob der Import funktioniert hat. Dieses Verhalten kann man auch ausstellen in den Voreinstellungen. Nämlich hier, nach Import Suche zurücksetzen. Das heißt, wenn ihr nicht möchtet, dass die Suche zurückgesetzt wird, nachdem ich ein Bild importiert habe, dann stellt ihr das aus. Gut, dann gibt es natürlich noch logischerweise von A bis Z und da macht es dann auch vielleicht Sinn, hier diesen Pfeil zu benutzen. Normalerweise habe ich den immer von Z nach A stehen und das ist eigentlich schon alles, was man jetzt hier mit der Suche anstellen kann. Das ist aber eigentlich eine ganze Menge, weil in der Kombination kann man dann im Prinzip alles in der Datenbank finden, was man gerne finden möchte. Kennt ihr das? Ihr wisst genau, dass ihr was vergessen habt. Ihr wisst nicht was, weil wenn ihr es wüsstet, hättet ihr es ja nicht vergessen. Es gibt nämlich eine Suchsyntax. Es gibt das Ausrufungszeichen, das Komma und das Semikolon. Wenn ich jetzt nach BW suche, kriege ich diese 13 angezeigt. Das ist auch übrigens echt super praktisch, dass ich im Tooltip immer sehe, wie viel Overlays habe ich und wie viele werden gerade angezeigt. Wenn ich jetzt aber sage, bitte zeige mir keine Overlays an, wo das Stichwort BW drin vorkommt, dann mache ich einfach ein Ausrufungszeichen davor. Wenn ich jetzt alle Bilder finden möchte, wo das Stichwort BW drin ist und also nehme ich das Komma und Sun drin ist, dann bekomme ich diese drei angezeigt. Wenn ich nach BW suche oder nach Sun, dann verändert sich an meinem Suchergebnis nichts, weil jetzt werden alle gemischt. Das heißt, alle, wo BW drin steht und alle, wo Sun drin steht, werden jetzt angezeigt. Dasselbe habt ihr im Prinzip bis auf das Nicht auch im Suchassistenten, weil hier gibt es ja diese verschiedenen Optionen. Das hier unten ist Oder, also zeige mir die an oder die an oder die an. Das heißt, die werden jetzt alle angezeigt. Im Gegensatz dazu zeige mir das an und das an. Das heißt, es werden nur Bilder angezeigt, wo die in beiden Verzeichnissen sind. Da es sowas nicht geben kann, kann ich jetzt mal was anderes versuchen. Zeige mir bitte alle Bilder an, die in diesem Verzeichnis sind und gleichzeitig dieses Stichwort haben. So, und dann kriege ich dieses Ergebnis. Das ist also die Syntax. Ausrufungszeichen nicht, Komma und Semikolon oder. Das ist eigentlich alles und damit könnt ihr dann diese Suche dann noch ein bisschen intelligenter gestalten. Jetzt schauen wir uns nochmal die Thumbnails genauer an. Immer dann, wenn ich mit der Maus über ein Thumbnail gehe, erscheinen vier Buttons. Der erste Button ist ein Löschen-Button. Ich kriege hier einen Dialog, wo ich sage, willst du es wirklich löschen? Ich sage natürlich jetzt erstmal nein, weil ich will es nicht. dann wird es aus der Datenbank gelöscht. Das Original bleibt natürlich unberührt dort liegen, wo es jetzt auch liegt. Der zweite Button ist der, den habe ich jetzt auch schon sehr oft gezeigt, ist dann wichtig, wenn ihr eine einzelne Datei, ein einzelnes Original verändert. Und dafür nehmen wir jetzt einfach mal das hier, weil dann sieht man es besser. Und jetzt klicke ich hier mal auf das I. Das I ist ein Informations-Button. Über die Information rede ich gleich noch. Ich klicke einfach mal auf das I und dann wird nämlich das Original geöffnet. Wenn ich das Original öffne und verändern will und es sich um eine JPEG-Datei handelt, das heißt, sie hat nur eine Hintergrund-Ebene, dann kann ich hier erstmal gar nichts machen, weil die ja gesperrt ist. Das heißt, ich muss mindestens diese Ebene entsperren und wenn ich es jetzt zum Beispiel spiegeln will, weil ich sage, eigentlich ist das blöd, dass das so rum ist, weil ich benutze das immer so rum oder zu 80 Prozent benutze ich so rum, also spiegle ich das jetzt einfach. Das Problem, was ich jetzt habe, ist, wenn ich das jetzt abspeichere mit B4 und S, dann bekomme ich einen Dialog, weil eine Ebene, die keine Hintergrund-Ebene hat, die gesperrt ist und Hintergrund heißt, das kann kein JPEG sein. Das muss also ein TIFF sein oder ein PSD sein oder ich müsste hier nochmal ein JPEG eingeben. Das ist aber Blödsinn, so zu arbeiten, das heißt, dass man immer mit diesem Dialog arbeitet und dann den Ordner suchen muss, wo das Original drin liegt, sondern es ist viel besser, wenn man jetzt einfach sagt, schau mal, wir gehen jetzt hier auf das Menü Ebene und sagen auf Hintergrund reduzieren weil in dem Moment kann ich es wieder als JPEG abspeichern. Ich mache es mal nicht mit Kurzbefehl, sondern sage jetzt einfach hier ganz normal speichern. Manchmal, nicht immer, ganz genau weiß ich nicht warum, bekommt man diesen Dialog für die Bildoptionen. Ich glaube, das ist einmal Possession oder so, ich bin mir nicht ganz sicher. Manchmal ist es so, manchmal nicht. Dann gehe ich jetzt einfach hier auf Maximal, das mache ich bei JPEG immer, klicke auf OK und mein Original ist jetzt verändert. Selbstverständlich hat das jetzt meine Datenbank gar nicht mitbekommen und in dem Moment brauche ich dann diesen Refresh-Button, weil jetzt kann ich einfach auf Refresh klicken und ihr seht, diese Datei wurde neu eingelesen. Hätte ich jetzt irgendwelche Stichwörter oder sonst irgendwas verändert, dann würden die auch mit eingelesen werden und jetzt ist das Thumbnail genauso wie das Original. Das heißt, man muss das dann einzeln anstoßen, wenn man das bei vielen Dateien gemacht hat, zum Beispiel von Lightroom aus oder auf dem Schreibtisch, dann müsste man hier die Datenbank neu einlesen und alle Bilder würden neu eingelesen werden. Dann haben wir ja diesen Info-Button noch mit einer zweiten Funktion, das heißt, wenn ihr nur mit der Maus auf diesem Info-Button seid, ohne drauf zu klicken, dann könnt ihr unten im Tooltip alle Informationen sehen, die wir darüber haben. Das ist nämlich, wie die Datei heißt. Die heißt jetzt Flares Lightstreak 058 Open V082. Also was für ein Dateiname. Und der war im Original auch noch ungefähr zwei Meter länger. Ich habe den, glaube ich, selber abgekürzt. Und dann kommt ein aufrechter Strich, das ist quasi immer der Trennungsstrich. Danach steht dann der Ordner, wo das drin liegt. Das ist nämlich 08 Flares Lightstreaks. Dann ein Trennungsstrich, danach kommen die Stichwörter. Hier haben wir jetzt nur ein Stichwort, nämlich OVL. Schauen wir mal, ob wir welche haben, wo mehrere Stichwörter drin sind, möglicherweise hier. Dort sehen wir zum Beispiel, die Stichwörter sind BW und FCUVL. Und danach gibt es da noch einen Hinweis, Click Overlay öffnen. Das heißt, das Original öffnen. Das ist also die Funktion von dem Infobutton und dem Favoritenbutton. Den haben wir ja jetzt auch schon ziemlich häufig gesehen. Man kann hier Favoriten festlegen. Das sind also diese vier Buttons, die sehr nützlich sind. Also ohne die könnte man quasi hier gar nicht arbeiten. Vor allen Dingen gibt es dann noch einen Trick. Manchmal ist es nämlich so, dass ich wissen möchte, wo liegt denn eigentlich eine Datei auf dem Schreibtisch, weil ich irgendwas ändern will an dem Ordner oder ich will wissen, wo liegt diese Datei. Ich kann mir ja diesen Pfad hier anzeigen lassen. Ich kann den auch übrigens verändern, indem ich in die Einstellung gehe und sage, zeige mir doch bitte den gesamten Pfad im Tooltip an, was aber echt Blödsinn ist, weil, guck mal, guck mal jetzt in den Tooltip, jetzt hast du da einen riesigen Pfad und alle anderen Informationen sind halt aus dem Tooltip rausgedrängt worden, weil die Pfade natürlich immer ziemlich lang sind. Kann man machen, würde ich aber nicht machen. Das heißt, ich mache diese Option wieder aus. Ich möchte nicht die ganzen Pfade sehen, ganzen Pfad als Tooltip, sondern ich mache folgendes. Ich klicke einfach auf das I, öffne also die Originaldatei und wenn ich wissen will, wo die liegt auf dem Schreibtisch, mache ich einen Rechtsklick auf den Dateinamen hier oben, also auf den Reiter. Das ist also egal, ob ihr jetzt ein Fenster habt oder solche Reiter wie ich hier, dann könnt ihr euch das im Finder anzeigen lassen. Das ist also eine Funktion, die habt ihr ja in Lightroom und in der Blütsch habt ihr die quasi immer mit einem Rechtsklick auf dem Thumbnail, da wir leider in den Plugins keine Rechtsklicks haben, die können wir leider nicht einbauen, das geht technisch nicht, haben wir das eben so gelöst, dass ihr über das Original quasi an den Ordner auf den Schreibtisch kommt. Das ist ein kleiner Umweg, aber es ist trotzdem vorhanden, diese Funktion. Und das ist eigentlich schon alles, was man über diese vier Buttons sagen kann. Schauen wir uns die Voreinstellungen an, das ist ja auch ein mächtiger Dialog. Eigentlich glaube ich, dass wir schon sämtliche Voreinstellungen innerhalb des Tutorials besprochen haben. Trotzdem werde ich die jetzt alle nochmal kurz auflisten, damit ihr das am Stück habt. Dann könnt ihr ja quasi über die Timeline in dem Video einfach draufklicken und habt das auf einmal, dann müsst ihr es auch nicht im Handbuch durchlesen. Wir haben hier einmal die Thumbnail-Größe, klein, mittel und groß. Ich habe es immer auf klein, mir reicht das. Dann haben wir die Paginierung. Das heißt, sobald diese Zahl nicht Null ist, sondern ihr hier eine Zahl eintragt, dann bekommt ihr eine Paginierung. Das heißt, dass wir jetzt Seiten haben. Das macht man dann, wenn man mit sehr großen Datenbanken arbeitet. Dann nimmt man am besten die Paginierung, weil dann die Darstellung der Thumbnails viel schneller ist. So, ich stelle jetzt mal wieder auf Null zurück. Dann nach Dateinamen suchen und nach Verzeichnisnamen suchen. Das heißt, in der Suche im Suchassistenten könnt ihr ja sehen, dass wir hier Verzeichnisse haben. Die Dateinamen werden hier aber jetzt nicht angezeigt, die sind aber trotzdem vorhanden. Ihr könnt also nach Namen und nach Verzeichnissen suchen, was natürlich sehr praktisch ist. Deswegen wüsste ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht, warum man das ausstellen sollte. Das heißt, ich habe das immer an. Dann kann man sich den ganzen Pfad als Tooltip anzeigen lassen. Sobald ich über den E-Button hier gehe, bekommt ihr ja unten einen Tooltip und jetzt wird der gesamte Pfad dargestellt, der aber in der Regel so lang ist, dass man jetzt die anderen Daten gar nicht mehr sehen kann. Außerdem ist das ja total unleserlich. Es gibt ja auch noch andere Wege, wie man sich die Originale anzeigen lassen kann über den E-Button. Habe ich eben auch gerade schon gezeigt. Das heißt, dass ich das immer aus habe. Ganz im Pfad als Tooltip anzeigen. Dann haben wir Verzeichnisse rekursiv importieren. Das haben wir ganz am Anfang schon gesehen. Das heißt, sobald ich auf diesen Import-Button klicke mit der Alt-Taste zusammen, kann ich ja nur Verzeichnisse und nicht einzelne Dateien importieren. Und wenn ich jetzt auf einen Ordner gehe, in dem andere Ordner sind, dann werden die rekursiv importiert. Das bedeutet, alle Bilder, alle Bilddateien, die in den Unterordnern liegen, werden mit importiert. Manchmal will man das vielleicht nicht. Vielleicht hat man einen Ordner, der Unterordner hat, in dem offene Bilder liegen. Das heißt, in jedem Ordner müssen natürlich Bilder liegen, sonst können die gar nicht importiert werden. Dann macht man das einfach aus. Das heißt, es werden nur die Bilder importiert, die offen in einem Ordner liegen. Dann, nach dem Import die Suche zurücksetzen, bedeutet das, sobald ihr ein Bild importiert, wird die Suche automatisch auf D, Z bis A eingestellt, so dass man das zuletzt importierte Bild oder die zuletzt importierten Bilder oben links in der Ecke sieht. Also das geht dann oben links los, das ist das Letzte bis dann halt die alten Bilder wiederkommen, sozusagen. Gut, dann nehmen wir mal zum nächsten dann das Format. Wenn ihr über den Speicherbutton eigene Overlays konstruiert und abspeichern möchtest und die mehrere Ebenen haben und ihr die Ebenen nachher noch verändern können, wenn ihr die Ebenen dann noch verändern wollt hinterher, dann solltet ihr ein Format wählen, das auch mit Ebenen umgehen kann, also PSD oder TIFF. Die Voreinstellung und die Standard-Einstellung ist JPEG. Gruppen automatisch benennen, wenn ich das ausmache, das habe ich noch überhaupt nicht gezeigt, das heißt, wenn ich jetzt ein Overlay hier reinmache, dann bekomme ich einen Dialog, wo ich diese Gruppe benennen soll, also Orange, so. Dann wird eine OVL-Doppelpunkt- Orange-Gruppe angelegt mit einem Overlay drin. Das habe ich immer aus, weil mir ist es eigentlich egal, wie diese Ordner heißen, Hauptsache das geht schnell, das heißt, dass ich eine automatische Benennung nehme, das heißt, ich glaube, was passiert denn eigentlich bei einer automatischen Benennung, machen wir mal eine neue Gruppe, dann steht da einfach eine Nummer drin, genau, Overlay 2, Overlay 1 ist Orange und Overlay 2 ist dann die nächste Gruppe. Mir reicht das, ich mache dann einfach an und aus, um zu wissen, was so eine Gruppe macht, ich brauche hier keinen Namen dran, man kann sich das aber gerne auch so einstellen. Gut, dann haben wir Löschen bestätigen, wenn ich das ausmache und ein Overlay hier aus der Datenbank lösche, muss ich keinen Bestätigungsdialog verwenden. Ich weiß nicht, ob das gut ist, ob man da versehentlich auch mal draufklicken könnte, ich würde das lieber anlassen, außer ihr wollt jetzt viele hintereinander löschen, dann würde ich das einfach mal ausmachen. Wenn ich jetzt was löschen will, dann bekomme ich einen Dialog, ich sage jetzt mal Nein, weil sonst habe ich nämlich nicht die Chance Nein zu sagen und zu guter Letzt haben wir noch schnelles Speichern. Warte mal, schnelles Speichern bedeutet, dass ein automatischer Name vergeben wird. Dann machen wir das einfach mal, wir werden jetzt einfach mal diese Ebene speichern. Die kriegt jetzt einen automatischen Namen, aber ich muss ein Verzeichnis suchen. Achso, ich habe die Einstellung zurückgesetzt, deswegen muss ich ein Verzeichnis suchen. Also gehen wir mal hoch. Immer dann, wenn man das Verzeichnis, die Einstellung zurücksetzt, dann muss man natürlich einen neuen Standard Ordner suchen. Dann nehmen wir mal hier OVL, eigene OVLs und ich speichere das da mal ab. So, und dann seht ihr, es erscheint hier links oben in der Ecke und hat einen automatischen Namen bekommen, nämlich eben diesen Ebenen Namen. Okay, ich lösche das mal wieder. War da noch irgendwas? Das war's. Ach nee, hier zum Schluss, das seht ihr, jetzt haben wir auch hier wieder einen Ordner drin, der war nämlich vorher nicht drin. Das Standardverzeichnis, wenn ihr eigene Overlays abspeichern wollt, das könnt ihr natürlich jederzeit durch den Klick hier drauf verändern, das heißt, ich könnte jetzt ein neues Verzeichnis aussuchen. Das sind schon alle Voreinstellungen, die anderen beiden, mit denen haben wir ja sowieso die ganze Zeit zu tun, das ist die Voreinstellung für die Maske und die Voreinstellung für den Ebenenmodus. Das ist aber eine ganz andere Ebene, das ist quasi eine Bearbeitungsvoreinstellung, wenn das hier quasi über das ganze Programm, über das ganze Plugin geht. Jetzt ist es so, auch das habe ich schon erwähnt, wenn ihr ein Backup abspeichert, dann werden diese Einstellungen mit abgespeichert, das heißt, man kann ja auch mit verschiedenen arbeiten und wenn ihr das Backup wieder rein spielt, dann bekommt ihr eine Frage, wollt ihr die Einstellungen von dem Backup übernehmen oder wollt ihr eure jetzt getroffenen aktuellen übernehmen. Selbstverständlich, ich werde die jetzt mal ein bisschen verändern, hier diese Einstellungen. Ich werde jetzt einfach mal alles ausmachen und hier verändern. So, und wenn ich die Einstellung zurücksetze, dann ist alles so wie im Werkszustand. Das ist eigentlich, das entspricht eigentlich der Voreinstellung, mit der ich immer arbeite, ausgenommen vielleicht diese hier, da müssen wir dann nochmal drüber nachdenken, ob wir den Standard nicht hier ändern auf PSD. Bin ich mir jetzt nicht so ganz sicher, weil wenn man eigene abspeichert, dann sind das in der Regel auch mehrere Ebenen. Da müsste ich mit Michael nochmal drüber sprechen, ob wir das vielleicht ändern. Gut, dann gibt es natürlich auch noch eine Geschichte, das ist die, dass ihr immer wieder Meldungen bekommt, immer wieder Dialoge bekommt. Das ist natürlich wichtig, dass man, wenn man mit einer Software arbeitet, auch Bestätigungen davon bekommt, was man gemacht hat. Man hat zum Beispiel fehlende Dateien gesucht, und dann kommt ein Dialog, ist okay, alle sind gefunden. Es gibt aber einige Dialoge, wo es immer so ein Häkchen gibt, was man ankreuzen kann, wo man sagt, diesen Dialog will ich in Zukunft nicht mehr sehen. Und wenn ihr das überall gemacht habt und die Dialoge aber doch nochmal sehen wollt, dann könnt ihr die Meldungen zurücksetzen. Das heißt, alle Häkchen wurden rausgenommen und alle Dialoge, die es gibt, werden wieder angezeigt. Das ist auch so ein ganz übliches Ding, das kennt ihr quasi aus jeder Software. Zu guter Letzt wollen wir uns mal das gesamte Menü zusammen anschauen. Das findet ihr natürlich in jeder Palette in Photoshop immer oben rechts. Da haben wir über die Overlay-Maschinen dort sind ein paar Informationen zusammengefasst, vor allen Dingen hier oben die Version, falls es mal ein Update gibt. Eigentlich sollte hier stehen, Version 1.0. habe ich jetzt vergessen, die 1.0 Version zu installieren. Die ist aber identisch zu dieser Beta-Version hier. Dann könnt ihr euch das Video-Manual anschauen, was ihr gerade seht. Das ist dieser Link. Dann gibt es meinen Webshop, falls ihr dann noch irgendwelche andere Sachen braucht von mir, dann könnt ihr euch in meinem Webshop mal umschauen. Könnt eine Support-Meld schreiben und das PDF-Manual aufrufen, falls ihr mal direkte Hilfe braucht. Dann braucht ihr das nicht auf dem Schreibtisch zu suchen, sondern könnt das quasi von hier aus öffnen. Gut, der nächste Punkt, den haben wir auch schon mal besprochen. Falls es mal ein Update gibt und hier irgendeine Art der Darstellung komisch ist, dann ladet ihr einfach das Plug-in neu. Das kann immer mal sein, dass da irgendwas hakt. Das hat nichts mit unserem Plug-in zu tun. Das hat einfach mit Photoshop an sich zu tun, zum Beispiel mit der Beta-Version. Da kann mal was haken. Mir ist jetzt bei diesen vielen Stunden, wo ich diese Videos aufgenommen habe, ist mir nichts passiert. Ich wüsste das nicht. Aber wie gesagt, wenn mal was ist, ladet das einfach neu. Das ist am besten bei allen Plug-ins, um irgendwelche Probleme zu lösen. Dann kann man alle Sichtbaren löschen. Wenn ich das jetzt mache, ist meine gesamte Datenbank weg, weil alles, was sichtbar ist, ist das, was ich hier scrollen kann. Wenn ich jetzt zum Beispiel einfach mal nur die Favoriten anzeigen lasse, dann könnte ich sagen, okay, diese neun, die möchte ich löschen. Ich habe jetzt die Favoriten quasi für etwas anderes benutzt, nämlich da, um festzustellen, welche ich löschen möchte. Dann gehe ich hier drauf und sage ja und dann sind die weg. Dann sind die aus der Datenbank weg. Selbstverständlich bleiben wie immer die Originale unberührt, aber damit könntet ihr zum Beispiel eure Datenbank bereinigen. Normalerweise würde man das eigentlich hier über dieses X machen, einzeln, aber wenn ihr sagt, okay, ich habe jetzt irgendeine Art von Stichwort, also zum Beispiel, ich nehme mal wieder BW. Wenn ihr alle diese löschen möchtet, dann benutzt ihr diesen Menübefehl hier oben, sichtbare löschen. Backup erstellen und wiederherstellen, das haben wir uns jetzt schon einige Male angeschaut, genauso wie fehlende Dateien suchen, Datenbank neu einlesen, das ist ein für mich ganz wichtiger Befehl, weil ich ja jetzt peu a peu in die originale Stichwörter reinschreibe, damit ich mit meiner Datenbank besser klarkomme. Dann lese ich die einfach neu ein. Dann das Datenbankverzeichnis anzeigen ist auch eine wichtige Sache, falls man mal, wie gezeigt, nach einem Update die Einstellung von der vorherigen Vision in die neue ziehen möchte, dann kann man damit sehr schnell das Verzeichnis finden und die Datenbank zurücksetzen bedeutet einfach, dass hier alles leer ist, dann dass also alle Einträge gelöscht werden und ich müsste dann ein anderes Backup hier reinladen beziehungsweise einfach einen neuen anfangen, eine neue Datenbank anlegen und die mit Importen neu anlegen. Gut, dann haben wir die Einstellungen, die wir ja ganz hier davor besprochen haben. Wir können die Einstellungen zurücksetzen und wir können die Meldungen zurücksetzen. Zum Beispiel bekomme ich eine Meldung, wenn ich auf meinen Webshop zugreifen will. Das ist nämlich ein externer Link. Immer dann, wenn ihr auf die Festplatte zugreifen wollt, von Photoshop aus oder wenn ihr ins Internet gehen wollt, dann müsst ihr das Photoshop erlauben. Das braucht ihr aber nur einmal zu machen. Das heißt, dass ihr jetzt diesen Haken hier setzt und dann lasst ihr das einfach zu. Gut, ich lasse das jetzt mal sein. Ist jetzt egal, ich will jetzt gar nicht in den Webshop und wenn ihr überall diese Häkchen gesetzt habt, dann seht ihr natürlich diese Meldung nicht mehr. Falls ihr irgendwann mal diese Meldung noch mal sehen wolltet, dann setzt ihr das einfach zurück. Das heißt, wenn ich das jetzt noch mal mache, dann kriege ich diesen Dialog wieder und könntet ihr das Häkchen neu setzen. Okay, gut, dann haben wir noch Deutsch oder Englisch. Schwupps, jetzt ist alles auf Englisch, auch die Tooltips und ich setze mal wieder auf Deutsch zurück. Die beiden üblichen Befehle, die immer drin sind, das heißt, dass man schließen oder die ganze Registerkartengruppe schließen kann, brauchen wir jetzt nicht darüber zu sprechen. Das waren jetzt alle Menübefehle. Wenn ihr jetzt wirklich zwei Stunden lang durchgehalten habt, dann habt ihr auch ernsthaftes Interesse an diesem Plugin. Es würde uns wahnsinnig freuen, wenn ihr in den Webshop geht und das kauft. Das unterstützt unsere weiteren Projekte, unsere weite Arbeit auch an der Weiterentwicklung von schon vorhandenen Plugins. Nutzt dafür auch die Kommentarfunktion von YouTube, weil das ist nicht nur eine Motivation, sondern auch eine Inspiration. Also stellt Fragen, macht Anmerkungen. Wenn ihr das nicht öffentlich machen wollt, dann könnt ihr auch genauso gut hier über das Plugin gehen und sagen, hey, schreibt mal eine Support-Mail. Das muss ja nicht immer eine Support-Mail sein, sondern man schreibt einfach eine Mail, wo drin steht, super Plugin, aber wie wäre es denn noch mit dem einen oder anderen Feature, das vermisse ich noch. Dann hilft uns das auch auf diese Art und Weise weiter. An dieser Stelle möchte ich mich natürlich ganz herzlich bei Michael Unsel bedanken. Die Zusammenarbeit ist einfach großartig mit ihm. Das macht mir wahnsinnig viel Spaß und ich hoffe, dass wir noch viele Plugins zusammen machen. Dann freue ich mich, wenn ihr dieses Tool benutzt. Für mich ist das inzwischen eins der wichtigsten Photoshop-Tools überhaupt, die ich nutze. Das kann ich wirklich bei jedem Bild, egal was das für eine Art von Foto ist, kann ich das verwenden und mache das mit Begeisterung. Ich hoffe, das wird bei euch auch so sein. Dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Euer Armin Staudt.